Musik In München zum Thema überlebt die Wirtschaft, den Lockdown und wenn ja wie, wir haben spannende Gäste heute mit dabei. Frau Ulrike von Aufschneider, Prof. Dr. Christian Kreis, Thomas Berthold, Thomas Bachheimer. Herzlich willkommen, Ihre Zuschauer draußen in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich und wo auch immer ihr uns gerade zuschaut. Schönen guten Abend. Applaus Ja, wir steigen auch gleich ein mit dem Prof. Dr. Christian Kreis. Nach einer kurzen Zusammensbestreibung des Wirtschaftssystems, des Finanzsystems. Wir dürfen ja immer wieder feststellen, dass die Wirtschaft ja schon vor dem Jahr 2020 ziemlich am Wackeln war. Wir haben eine Verschuldung weltweit in noch nie dagewesenem Ausmaß. Sei es jetzt die offizielle oder inoffizielle Staatsverschuldung, die Verschuldung der Privathaushalte, der Unternehmen, des Finanzsektors. Also aktuelle Zahlen sagen uns, dass wir hier etwa bezogen auf das Weltbruttosozialprodukt mit über 400 Prozent mittlerweile verschuldet sind. Das sollte uns allen klar sein, dass selbst bei niedrigsten Zinsen das niemals zurückbezahlt werden kann. Dann kam die aktuelle Situation im Jahre 2020. Ihr wisst alle, welches Thema gemeint ist. Also besser wird es wohl nicht werden. Wir haben über 10 Millionen Kurzarbeiter. Wir haben eine Insolvenzwelle, die vor der Tür steht, in noch nie dagewesenem Ausmaß. Also wenn wir den Patienten Wirtschaft fragen würden, wie es ihm denn geht, dann würde er vielleicht antworten, beschissen wäre er gebrallt. Ja, lieber Christian, aus diesem Zustand, den wir gerade beschrieben haben, heraus, möchten wir erstmal an dich eine Frage stellen. Du bist ja sieben Jahre lang Investmentbanker gewesen. Du bist Professor für Finanzierung. Du warst dreimal mittlerweile sogar im Bundestag eingeladen zu spannenden Themen wie geplanter Verschleiß und gekaufte Wissenschaft. Auch darüber werden wir heute noch reden. Und du vertrittst ja in deinen Büchern und Publikationen die These Folge dem Geld. Das ist eine sehr treffende Bemerkung, wie ich finde. Und kannst du uns denn mal mitteilen, wie konnte es denn überhaupt so weit kommen, dass die Wirtschaft sich in diesem Zustand befindet? Gut, wir sind ja schon vor dem jetzigen Lockdown, wie du richtig gesagt hast, dass die Schulden auf einem sehr hohen Stand waren. Wir hatten bei der Finanzkrise 2007, je nach Abgrenzung der Schulden, schon gut das Doppelte vom Sozialprodukt Schulden. Wenn man die Finanzindustrie dazu nimmt, hatten wir knapp das Dreifache Schulden vom Sozialprodukt. Und das war damals zu viel, 2007, 2008. Deswegen kam die Finanzkrise. Und jetzt sind die Schulden aber nochmal deutlich angestiegen. Wenn man nur Staat und private Unternehmen nimmt, dann sind wir jetzt bei 230 Prozent vom BIP. Das war vor dem Lockdown. Also vor zwölf Jahren zur Finanzkrise war es schon zu viel. Man konnte nicht zurückzahlen. Und als ehemaliger Banker, wenn ich mir so die Kreditstruktur anschaue, denke ich mir, das Geld kann nicht zurückgezahlt werden. Und wenn man es mal in sich versucht zu realisieren, was das bedeutet, ungefähr das Dreieinhalbfache vom BIP, je nach Abgrenzung, ob man die impliziten Schulden für Renten und so dazunehmen, Dreieinhalbmal das BIP. Davon ist ungefähr die Hälfte in Hand von einem Prozent der Bevölkerung. Also die Vermögen sind ja sehr ungleich verteilt. Das würde heißen, wenn wir die Schulden zurückzahlen wollen würden, müsste die ganze Erdbevölkerung eineinhalb Jahre arbeiten, nur für die oberen ein Prozent, um es zurückzuzahlen, ohne Lohn und Brot. Um sich das mal so ein bisschen vor Augen zu führen, was 350 Prozent Schulden vom BIP bedeutet. Eineinhalb Jahre Arbeit ohne Einkommen, nur um die Schulden abzutragen. Also es ist unmöglich. Sage ich als früherer Banker, Investmentbanker, das Geld, das sehen wir nicht wieder. Ich sage nicht, dass alle Schulden zu viel sind, aber ein Teil von den Schulden ist einfach viel zu viel. Und jetzt kommt noch über diese Lockdown-Maßnahmen zum einen explodieren die Staatsschulden, fast weltweit, also USA, Deutschland, überall in einem Ausmaß wie noch nie vorher. Gleichzeitig gehen die Cashflows runter durch den Lockdown. Wir hatten im zweiten Quartal diesen Jahres gut zehn Prozent Wirtschaftseinbruch auf die ganze Erde. Also jedes zehnte Produkt ist gegenüber dem Vorjahr verschwunden oder jede zehnte Dienstleistung. Gleichzeitig sind die Schulden hochgegangen. Und da frage ich mich als Banker, wie soll das Geld jemals zurückbezahlt werden? Und das macht mir schon ziemlich Sorge. Wenn ich mir die zwei allein den Schuldenanstieg, den dramatischen Anstieg und die Cashflow-Einbrüche anschaue, dann denke ich mir, das geht nicht gut. In irgendeiner Form muss ein Schuldenschnitt kommen. Und es kann entweder geregelt sein, indem man einen Schuldenschnitt macht, aber Schuldenschnitt heißt auch Vermögensschnitt, was wiederum im Wesentlichen die oberen ein Prozent betrifft. Und die sind gut vernetzt, haben gutes Lobbyismus. Ich fürchte, ein Schuldenschnitt kommt nicht. Und dann eine zweite Lösung wäre Inflation. Inflation, ich hoffe eigentlich auf Inflation, das würde schon funktionieren, aber ich sehe Probleme, das loszutreten. Da müssten ja die Leute mehr Pizza kaufen, mehr Handy kaufen, mehr Auto kaufen, aber die meisten Leute haben ja weniger Geld in der Hand. Und wenn das nicht kommt, dann kommt eine chaotische Schuldenbereinigung wie 2008, 2009. Viele Häuslebauer, die pleite gehen, Unternehmen. Und das ist so meine Sorge, dass wir den Weg drei gehen, dass es so eine Bereinigung gibt. Und so ganz im Hinterkopf, wenn man in die Geschichte schaut, war eine vierte Lösung auch oftmals Krieg. Krieg hat auch funktioniert, weil wenn man so ein riesiges Produktionspotenzial hat und zu wenig Massennachfrage, dann hat man das 1914 oder 1945, 1918, kann auch über Krieg können so Bereinigungen kommen, kleine oder große. Also das sind so, aber in irgendeiner Form muss es für mich als Ex-Bank, als Bank, muss es eine Bereinigung kommen, so geht es nicht weiter. Okay, vielen Dank, lieber Christian. Bevor wir über Lösungen, wie wir aus der Nummer rauskommen, weitersprechen werden, drängt sich mir aus deiner Information der Verdacht auf. Es gibt da scheinbar einen Interessenskonflikt zwischen der vermögenden Weltbevölkerung und der arbeitenden, real arbeitenden Bevölkerung. Das ist schwierig zu lösen. Und es hängt da eben auch ziemlich sicher und eindeutig mit dem Geldschöpfungsprozess, sprich mit dem eigentlichen Finanzsystem, wie die Dinge wirklich funktioniert sind oder wie sie eben konstruiert sind, zusammen. Und da möchte ich jetzt, bevor wir uns weiter unterhalten, unseren nächsten Gast auch nochmal begrüßen, die Frau Ulrike von Aufschneider, Buchautorin, da kommen wir auch gerne noch drauf, ehemalige, tätig im Bereich Investmentbanking, seit über 20 Jahren dort auch als Coach im Topmanagement diverser Unternehmen eben auch tätig. Und die letzten vier Jahre hat sie sich sehr intensiv der Forschung gewidmet, und wie sich eben das Finanzsystem auf unsere Gesundheit auswirkt, was letzten Endes dazu geführt hat, dass sie zu diesem Thema auch ein interessantes Buch geschrieben hat. Ja, liebe Ulrike, den Zustand, wie viele Schulden wir haben, was so die Probleme damit sind, haben wir jetzt schon ein bisschen gehört. Wie siehst du denn quasi die Schuld beim Finanzsystem, beim Geldschöpfungsprozess? Was kannst du uns dazu sagen? Also die Frage, die sich ja im Prinzip allen auch so ein bisschen dann stellen sollte, ist, wo kommt denn das Geld eigentlich her? Und wir haben ja überhaupt gar keine Wertschöpfung als solches, wir haben aber stetig steigende Berge von Geld, die wir ausweisen. Und wenn man sich das so ein bisschen genauer anguckt, stellt man dann fest, irgendwo wird Geld oder ein Geldwert gedruckt, der dann von oben rausgegeben wird über das Finanzsystem und dann weiter an die Bevölkerung gereicht wird und praktisch als Schuldscheine dann wieder von der Bevölkerung eingefordert wird. Und im Prinzip kann man sich natürlich fragen, warum macht die Bevölkerung das eigentlich mit? Das könnte ja im Prinzip eigentlich jeder von uns machen, im Keller ein paar Scheine drücken und dann an die Bevölkerung rausgeben und sagen, du schuldest mir das jetzt. Bis jetzt klappt das aber und solange die Bevölkerung das mitmacht, läuft das. Und ja, da sollte man sich mal fragen, warum machen wir denn das eigentlich und wie genau funktionieren da die Details? Ja, danke. Ich vermute, das hat auch ein bisschen was mit unserem Bildungssystem zu tun, welche Wissensgrundlagen denn überhaupt vermittelt werden, sei es jetzt im Bereich der Universitäten oder auch in anderen schulischen Bereichen. Da werden wir uns sicherlich auch nochmal damit beschäftigen. Aber das ist eigentlich sehr, sehr richtig, was du uns hier eben schon mitkimmst. Wir müssen wirklich der Frage nachgehen, woher kommt das Geld eigentlich? Und das heißt ja auch sehr schön, wer das Geld kontrolliert, kontrolliert eben auch die Welt. Und zum Thema Kontrolle der Welt, vielleicht auch speziell in Deutschland, freue ich mich jetzt sehr, den nächsten Gast eben auch begrüßen zu können, den Thomas Bachheimer aus Österreich. Er ist extra zu uns gekommen. Er war ehemaliger oder ist ehemaliger Börsenhändler, hat dort mit, wie passend an der Stelle, mit Staatsschulden gehandelt, hört, hört. Er war dort tätig in Zürich, London, Dublin und München. Er war Rohstoffanalyst und Analyst für Geldsysteme, dort für führende Häuser weltweit, also CNBC als bedeutendste Informationsquelle dort, Blumberg, NTV. Er ist unter anderem Präsident des European Gold Standard Institute und er ist vor allem auch Chefökonom der Goldversorge in Wien. Herzlich willkommen, Thomas Bachheimer. Vielen lieben Dank. Ja, die eindrucksvolle Darlegung meines Geschehens, Dacke, zeigt schon, wo es hingeht mit dem Geld bei mir. Und ich möchte Ihnen da als Roten Österreicher auf der Bühne einen leichten Blick von außen kurz anbieten. Nachkriegsgeschichte, wir wissen, 1945 Deutschland in der westlichen Welt das meist zerstörte Land, hatte schwere Jahre, 54er Jahre, Deutschland wurde Weltmeister, mit den richtigen Politikern und mit der richtigen Notenbankmanagement, wo sich beide Achsen des Geldgeschehens um das Volk und um die Produktivität kümmern konnten, oder frei kümmern konnten, konnte sich Deutschland zum Industrie- und Innovationsmotor der gesamten Welt aufarbeiten. Ein schönstes Beispiel dafür ist, dass ihr von 1954 bis 1969-70 2.800 Tonnen Gold an Außenhandelsüberschüssen in euren Lagern hattet. Das ist unglaublich, wenn man weiß, dass ihr insgesamt 3.400 Tonnen habt jetzt. Aber 2.800 Tonnen sind in 15 Jahren entstanden. Und dann musste Richard Nixon dieses Geldsystem auflösen 1971 und es war sicher auch ein Grund dabei, dass die Deutschen eben zu viel Gold in ihre Lager bekamen. Das muss man sich einmal vorstellen, da waren 2.800 Tonnen und Tonnen, die haben genau gewusst, bis zur Jahrtausendwende, bis zum Jahr 2000, gehört das gesamte Gold der Welt den Deutschen. Nur weil sie so fleißig sind, diszipliniert sind und innovativ. Vielleicht sind diese Tugenden nekrotisch ermahntesten für alle anderen, die sich unter Druck gesetzt fühlen. Aber man konnte Deutschland nicht 30 Jahre lang ungestört produzieren lassen. Das ging einfach nicht. Die Geschichte ging weiter. Die Deutschen haben, dann der Goldstand wurde aufgelöst, die Deutschen haben kackelt, 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 kackelt. Ja, 1990 kam die nächste positive Krise, Wiedervereinigung. Da hat man gewusst, da wird den Deutschen jetzt ein bisschen die Bremse. Was haben die Deutschen gemacht? Kackelt, 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 erfunden, was kackelt, 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 was erfunden. Und man war wieder da. Dann bekamen wir die 2000er Todkom-Blase. Das hat Deutschland nicht so stark getroffen, weil eben Deutschland wirkliche Waren produziert hat und wirklich was erfunden hat. Und dann ist es weitergegangen. Deutschland wieder georbert, georbert, georbert. In Euro haben sie auch noch gekriegt. Das muss man sich vorstellen. Der Euro wurde ohne Volksabstimmung, das wisst ihr. Über euch drüber gestülpt. Ihr hattet die deutsche Mark. Und ich als Österreicher kann sagen, wir Österreicher haben 1 zu 7 gehalten. Wir sind immer hinter dem Walfisch Deutschland. Wir mussten immer ein bisschen stärker sein, dass wir das 1 zu 7 halten. Wir waren der Putzerfisch hinten noch. Wir waren nicht so genial wie die Deutschen. Dafür war es ein bisschen gemütlicher bei uns. Aber wir konnten im Windschatten der D-Mark uns weiterentwickeln. Dann ist uns dieses tolle Währungssystem weggenommen worden. Und ich möchte noch dazu sagen, man braucht kein gedecktes Geld, wenn man die damaligen deutschen Politiker und die damaligen deutschen Bundesbankverantwortlichen hatte. Die D-Mark war ein Goldstandard aufgrund der Disziplin. Aber es ist weitergegangen. 2008, wieder Finanzkrise gehabt. Die Deutschen wieder kakel, 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 wieder alles gegangen. Dann 2015, Einwanderungskrise. Ja, die Deutschen wieder in die Hände gespuckt. Die Kanzlerin, da werden wir später dazu kommen, wir schaffen das. Was das bedeutet eigentlich als Aussage von einer Kanzlerin. Und wir haben weitergetan. Ja, dann haben wir 2018 eine Klimakrise gekriegt. Da kann man vielleicht sagen, dass das Volk vielleicht ein bisschen Schuld dran war, weil ihr habt ja natürlich schöne Autos und ein bisschen was ausgeblasen. Könnte man vielleicht sagen, aber an den anderen Krisen. Und jetzt haben wir 2020 und die nächste Krise. 83 Millionen Menschen. Ihnen wurde der Goldstandard weggenommen, der Austausch. Ihnen wurde die D-Mark weggenommen. Statt Gold für eure Handelsbilanzüberschüsse bekommt ihr jetzt Tage zwei Salten. Also bei euch haben die anderen über ein Billion Euro Schulden. Werden auch nie zurückgezahlt werden, wissen wir auch. Aber da muss man mal sagen, als Deutscher, der wirklich das Weltgefüge mit Innovation, Fleiß und Antrieb voll durchgezogen hat und die Welt mitgetragen hat, wurde immer wieder gestört. Obwohl die 83 Millionen Ingenieure nie für eine Krise eigentlich verantwortlich zu machen sind. Gleichzeitig der leichte Vorwurf, die 83 Millionen gut ausgebildeten, fleißigen und disziplinierten Ingenieure haben das mit sich machen lassen. Haben die gleichen Politiker gewählt und haben zugeschaut, wie eine die Wagen weggenommen wird, wie eine das Gold weggenommen wird, wie angeschrieben wird auf den Tage zwei Salter. Und da muss man sich bei aller Bewunderung aus dem kleinen Österreich für die Deutschen, muss man sich auch fragen, wie war das möglich? Das werden wir hoffentlich heute diskutieren. Ja, vielen Dank, lieber Thomas. Also, was ich jetzt gerade gehört habe und ich glaube, dem Publikum und den Zuschauern draußen an den Bildschirmen geht es da bestimmt genauso. Das macht einen ja fast ein bisschen selbstbewusster, als wir vor deinen Ausführungen waren. Das hoffe ich auch. Ja, dafür vielen Dank. Dafür vielen Dank. Und das bringt uns jetzt aufgrund der Aktualität auch in die Realwirtschaft. Und ich darf an der Stelle unseren nächsten Gast, auf den ich mich jedenfalls sehr gefreut habe, grüß dich lieber Thomas, Thomas Bertrals, vorstellen und auch begrüßen. Er ist ehemaliger Fußballprofi, Nationalspieler und unter anderem Fußballweltmeister 1990, 1990. Thomas, schön, dass du da bist. Hallo, ehrlich. Schönen guten Abend. Herr Hans, Thomas, was uns interessieren würde, du hast ja als Unternehmer auch wirklich einen extremen Bezug zur Realität. Und vielleicht magst du uns dort aus deiner Sicht mal das eine oder andere schildern. Genau. Mein aktuelles Projekt ist ein Stadionprojekt in Verona. Wir haben im Winter 2019 den Zuschlag bekommen. Das ist eine öffentliche Ausschreibung. Da wird ein privat finanziertes, multifunktionales Stadion gebaut für zwei Vereine, inklusive Musikfahndenschau. Da wird ein Theater reinkommen, da wird ein Hotel reinkommen, Retail-Shops. Also ein Betrieb, der 365 Tage läuft, werden hunderte von Arbeitsplätzen entstehen. Wir hatten natürlich jetzt auch durch diesen Lockdown einfach das Problem, dass wir acht Monate Stillstand hatten. Weil klar, man kann Telefonkonferenzen machen, Zoom-Konferenzen machen. Aber Menschen, die aus New York anreisen mussten, es ging nicht. Unser Betreiber wollte Marktumfragen machen bei den Fans, bei den Zuschauern, bei den Konsumenten. Ging auch nicht. Was wir jetzt sehen werden, wie letztendlich die Bankenfonds, mit denen wir im Austausch sind, Private Equity, die Risikobewertung machen bei dem Thema Stadion. Was wir auch noch nicht einschätzen können, ist, wie die Versicherungswelt ausfällt. Weil man kann ja auch sich gegen Pandemien versichern lassen. Wie das zum Beispiel Wimbledon gemacht hat. Wimbledon ist ja einer der großen Veranstaltungsplayer gewesen, die das komplette Turnier versichert hatten. Die haben dann, glaube ich, 135 Pfund ersetzt bekommen. Das sind alles so Faktoren, die kamen jetzt neu dazu in das Projekt. Das braucht viel Zeit, braucht viel Bearbeitung. Und jetzt, wie gesagt, nach den Ferien, es war ja noch Sommerpause auch noch, im September wird die Kiste wieder angeschmissen. Damit wir jetzt zeitnah, spätestens im Mai, soweit sind, um das Projekt final abzugeben. Mit einer Finanzierung, mit einem Flächenplan, damit dann der Tender eröffnet werden kann. Und nach vier Monaten ist dann eigentlich der Tender offiziell entschieden. Wir gehen in unserem Fall aus, dass wir keinen Mitwettbewerber haben, weil es zu komplex ist und zu teuer ist, jetzt nochmal anzutreten. Also von daher sind wir auf der einen Seite guter Dinge. Wir sind auch guter Dinge, weil wir schon mit diversen Plänen aus der Finanzindustrie gesprochen haben, die auch aus der Historie begründet gesagt haben, dass Nachkriegen nach der Spanischen Krippe zum Beispiel, nach großen Katastrophen, die Menschen immer wieder zurückgefunden haben, weil wir ja keine Höhlenmenschen sind. Wir brauchen ja Sozialkontakte. Von daher bin ich auch positiv gestimmt, dass wir bald wieder volle Stadien sehen werden und auch große Konzerte, wo Menschen einfach hingehen, weil das ist in unserer DNA drin. Also wir brauchen ja auch diesen Austausch, wir brauchen diese Energie. Ich war ja gestern auch in Leipzig. Ich muss sagen, wenn man das sieht, wenn so viele Menschen zusammenkommen, das gibt einem viel Kraft. Und von daher wünsche ich mir auch in Zukunft wieder Fußballspielen mit Zuschauern, weil ich gehöre zu denjenigen Konsumenten, die seit Mai keinen Fußball mehr schauen, weil selbst als Fernsehkonsument kann ich das nicht mehr ertragen ohne Zuschauer. Ja, das glaube ich, können wir alle sehr, sehr gut nachvollziehen. Da noch eine Nachfrage auch dazu. Wir gehen mal optimistisch davon aus, dass es alles gut wird. Aber im anderen Fall, es hängen ja auch eine Menge Arbeitsplätze und sonstige Themen auch dran. Magst du vielleicht dazu noch was sagen, was da vielleicht auch für einen Unternehmer oder für die Geldgeber im Risiko steht? Was sind da die Szenarien? Ja, Erich, du bist ja aus dieser Finanzbranche. Die Finanzbranche bewertet immer jedes Projekt nach Chancen, nach Risiken. Und die Risikobewertung wird bestimmt anders ausfahren. Das werden wir sehen dann an der Bewertung, am Rating. Aber da mache ich mir jetzt weniger Sorgen. Ich freue mich auf das Projekt, weil, wie schon gesagt, es ist ein großes Infrastrukturprojekt, was einen Mehrwert gibt für die Menschen, die in dieser Stadt leben. Auch einen Mehrwert gibt für die Menschen, die als Touristen in diese Stadt kommen. Also in Verona gibt es jedes Jahr 5 Millionen Touristen. Und von daher arbeiten wir natürlich auch eng mit der Stadt zusammen. Es wird da auch, gerade was den Nahverkehr betrifft, gibt es auch große Veränderungen. Es wird ein S-Bahn-Anschluss gelegt zum Stadion, weil der Italiener nach wie vor doch mehr dazu neigt, mit dem PKW zum Spiel zu fahren als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ich denke letztendlich, wir sehen das immer ganzheitlich. Das ist so ein 365-Grad-Projekt in vielen diversen Themen. Diese Ganzheitlichkeit, die wird, ob das jetzt gerade Thema zum Beispiel Food und Beverage, also Getränke und Essen, das geht mit der Verpackung los. Was machst du mit Lebensmitteln, die nicht konsumiert werden? Also diese ganze Kette sehen wir immer in der Nachhaltigkeit und natürlich immer unter dem grünen Aspekt. Wir wollen also ein grünes Stadion bauen. Energie, Wasser ist ein großes Thema, nachhaltige Produktionsstoffe, das ist ein großes Thema heute. Von daher ist es für mich immer spannender, als nicht Mathematiker oder Banker oder Ingenieur mit so vielen interessanten Menschen zusammenkommen, die einen Ingenieur-Background haben. Da arbeiten wir zum Beispiel mit einem großen Büro aus Stuttgart zusammen, Schleich-Bergermann und Partner. Das ist mir da faszinierend, was die für Lösungen parat haben. Oder mit interessanten Architekten aus anderen europäischen Ländern, um einfach so ein bisschen den Horizont auch zu erweitern. Aber wie gesagt, Erich, ich verwende auch gerade sehr viel Zeit mit Demonstrationen und mit Bühnen auftreten. Das kostet auch sehr viel Kraft, weil ich und meine Frau der Meinung sind, dass Recht immer vor Unrecht stehen muss und die Wahrheit immer vor Unwahrheit. Und deswegen sind wir da auch aktiv. Ja, ich glaube, diesen Mut und diese Geradlinigkeit und diese Wahrhaftigkeit kann man in der heutigen Zeit nicht groß genug einschätzen. Wir werden auch in weiteren Sendungen oder Versammlungen, je nach Lage der Situation, auch durchaus mal über das Justizsystem sprechen, über das Rechtssystem, über Politik und was einfach die Gesetzgebung da alles so immer für Interessen vielleicht auch verfolgt. Aber da haben wir schon ein paar Hinweise eben auch. Wir müssen momentan auch für unsere Rechte einstehen, für unsere Freiheit. Das wisst ihr Zuschauer hier an den Bildschirmen und auch die Gäste eben heute, die Versammlungsteilnehmer ja auch alle ganz gut. Und insofern, du hast einen Punkt angesprochen, da werden wir später nochmal darauf zurückkommen, wenn man zusammenkommt. Es gibt einfach viel Kraft. Also es geht um, wie sagt Daniela Ganser immer, ein guter Freund aus der Schweiz, Friedensforscher. Offline ist das neue Bio. Meine Frau hat es dann ergänzt, analog ist das neue Bio. Und da kann ich ihr, was ich auch sonst nicht tue, ihr widersprechen. Also ich werde auch hier nicht widersprechen. Also insofern, es geht darum, dass wir eben zusammenkommen, dass wir die Dinge gemeinsam tun. Und da heißt es auch immer so schön im Fußball, einer für alle, alle für einen. Also gemeinsam sind wir stark, gemeinsam können wir an Lösungen arbeiten. Und über Lösungen wollen wir uns ja auch im weiteren Verlauf der Versammlung dann ja auch noch näher unterhalten. Also vielen Dank, dass ihr da bist, lieber Thomas, an der Stelle. Und euch anderen natürlich auch. Und auch unseren Versammlungsteilnehmern nochmal herzliches Willkommen nach dieser Begrüßungsrunde. Und das haben wir ja gerade gehört eben auch von einem gestandenen Unternehmer, der das seit einigen Jahren sehr erfolgreich eben auch macht, dass es ja immer auch mit gewissen Herausforderungen verbunden ist. Und wie es mit Herausforderungen ja immer so ist. Zum einen heißt es ja, nur wer sein Ziel kennt, kann es treffen. Insofern ist es schon ganz gut, wer eben auch ein Ziel hat. Aber es müssten ja auch die Regularien, die Rahmenbedingungen eben auch entsprechend dafür da sein. Und wenn wir uns eben mit Rahmenbedingungen und über rechtliche Aspekte auch bezogen auf den Standard Deutschland unterhalten wollen, möchte ich jetzt nochmal unseren Gast aus Österreich fragen, unseren Thomas Bachheimer. Du hast ja im Prinzip so angedeutet, die Deutschen haben das immer wieder hinbekommen, auch wirtschaftlich, man hat sich immer wieder gut aus Krisen herausgearbeitet. Wir haben uns ja auch im Vorfeld ein bisschen ausgetauscht. Und da ist auch mal so das Stichwort gefallen, Zerstörung Deutschlands. Welche Rolle spielt da die Politik? Du beobachtest ja auch das sehr, sehr aufmerksam. Kannst du uns vielleicht aus dieser Ecke nochmal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen? Naja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das vorher gesagt habe, aber die letzten großen Krisen, die betreffen oder wurden nicht von den Wirtschaftstreibenden hervorgerufen, sondern trotz der Politik, um nicht zu sagen von der Politik. Und ich möchte euch vielleicht auf ein Gedankenexperiment mitnehmen, wenn wir jetzt hypothetisch sagen, Berlin, wissen wir, liegt auf so einem Sandboden und plötzlich würde sich ein Loch öffnen und würde den Deutschen Bundestag samt Bundeskanzleramt unter sich begraben. Nein, das ist nicht zum Lachen, das wäre traurig. Nein, 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 bitte nicht. Das wollen wir alle nicht. Aber was würde geschehen? Der Herr Oberhuber in Oberbayern wird am nächsten Tag genauso als eine Leberkässämmeln verkaufen. In Baden-Württemberg würde ein Installateur genauso irgendwelche Rohre verlegen, oder was ein Installateur so tut. Und in Oldenburg würden auch die Reifenhändler ihr Geschäft aufsperren. Es würde sie nichts ändern. Wir hätten zwar furchtbar traurige Trauertage, Trauerwochen, weil die alle weg sind, aber der innere Antrieb der produktiven Teile dieser Gesellschaft wäre weiterhin gegeben und über die Monate einer Regierungslosigkeit wage ich sogar zu behaupten, dass das Inlandsprodukt steigern würde, weil der Mensch, der produktive Mensch braucht keine Barrieren. Und meine Message dazu ist, die wirtschaftliche Lage, in der wir jetzt befinden und wir die meisten davon keine Schuld haben, ist der Tatsache geschuldet, dass wir produktiven Menschen uns von unproduktiven Menschen sagen lassen, wie wir was zu produzieren haben. Jetzt muss man sich vorstellen, in einem Land von Immanuel Kant, Schiller, Goethe, geschieht es binnen 60 Jahren, dass ein Bankkaufmann 83 Millionen Deutschen sagt, ich muss ja Masken aufhören, wenn es ihr produziert. Das ist ja eine Peinlichkeit sondergleichen und eigentlich ein Drama. Und es ist auch in Österreich so, also wir lassen uns von einem Studienabbrechen und an ein Volksschullehrer, der Gesundheitsminister ist, der noch nie in ihrem Leben irgendwas produziert hat. So ein Volksschullehrer hat Bildung, das möchte ich ihm nicht unterstellen. Aber beide haben nie Steuern bezahlt, weil sie haben die Steuern ja von Steuergeldern bezahlt. Die haben de facto nie was erwirtschaftet und das Ähnliche ist in der ganzen Junta, die da in Berlin sitzt. Diese Menschen zahlen keine Steuern, keine effektiven Steuern und bestimmen über die produktiven Teile. Und der erste Vorschlag, der einmal dahin gehen sollte, wäre, dass jeder von uns 83 oder mit den Österreichern keine Anschlussgedanken von uns 90 Millionen, von uns 90 Millionen mit den Schweizer, von uns 98 Millionen, wenn jeder von uns einmal irgendwo nur, wo es nicht gefährlich ist, einmal sagt, na stopp, das machen wir jetzt nicht, was du mir da auftragst, weil du hast noch nie in deinem Leben was produziert. Und die produzieren aber die Krisen, das produzieren sie schon. Und da liegt für mich die Krux, ich komme immer eher vom Menschen her und nicht so technisch, ich bin Österreicher, und da liegt bei mir die Krux, wenn wir alle Menschen kleine Einschränkungen der Politik geben, also ich wähle sowieso nicht, aber das empfehle ich euch jetzt nicht, bei euch ist die Kacke am Dampfen, ihr solltet alle einmal wählen gehen, aber kleine Einschränkungen und denen Einhalt gebieten, nur im Kleinen, wo es im straffreien Raum ist, ich weiß, es wird immer schwieriger in Deutschland, weil reist ihr mal als Österreicher ein und schläft in einem Hotel in Deutschland seit zwei Monaten, da bist du markiert, sind wir schon wieder so weit. Und das muss man sich halt, und der Hotelier ist auch produktiv, und ich bin auch produktiv, wenn ich da was sage, ob das jetzt sinnvoll ist, was ich sage, weiß ich nicht, aber ich habe mich bemüht. Und da müssen wir daran denken bitte, und das ist wirklich ein Aufruf, jeder für sich soll schauen, wo er diesen Staatsapparat am Stopp, am Türstopper hinsetzen kann. Damit könnte man innerhalb von wenigen Monaten schon relativ viel anrichten, weil die brauchen uns. Weil wenn wir im Sandloch verschwinden, die sind nicht mehr lange da, weil die brauchen unsere Steuergelder. Wir brauchen die aber nicht. Aber es ist umgekehrt. Nachdenken drüber, und im legalen Raum bitte. Also jetzt nicht Revolution, das ist das Letzte, was wir brauchen, aber im legalen Raum, und das ist einmal so die Grundmessage von mir. Danke dir. Ja, vielleicht eine allgemeine Bemerkung an der Stelle. Ihr merkt ja, dass hier die Gäste ausreden dürfen, dass wir einander zuhören. Es gibt ja andere Versammlungsformate, da ist das nicht so. Und das wollen wir eben auch mit Menschen machen, Mut transportieren, ein neues Verständnis von Austausch, von Meinungsfreiheit, von zur eigenen These und Wahrheit zu stehen, sich damit eben auch wirklich in einen echten Austausch zu begeben. Denn nur so, wenn wir wirklich einander zuhören, wenn wir uns bemühen, zumindest uns zu verstehen, und ich habe mich jetzt auch sehr bemüht, dich akustisch zu verstehen, es ist mir auch ganz gut gelungen, wie ich an der Stelle bemerken darf. Und ja, also ich... Da muss ich kurz unterbrechen, Karl Graus hat schon gesagt, das einzig Trennende zwischen Österreich und Deutschland ist die gemeinsame Sprache. Das ist nicht von mir. Ja, treffend, da kann man das, glaube ich, gar nicht beschreiben. Auch mich hat man ja in meiner Jugend immer für einen Salzburger gehalten, obwohl ich geborener Münchner bin. Der Fisch nur warst. Ja. Jetzt hast du uns sehr anschaulich aus der politischen Perspektive heraus geschildert, was so eine Möglichkeit wäre oder den Hinweis gegeben, wer eben über wen glaubt, bestimmen zu können. Und da würde mich jetzt mal beim Christian Kreis bei dir interessieren. Wenn man jetzt mal sich anschaut, du hast Bücher geschrieben im Bereich gekaufte Wissenschaft, publizierst dort eben auch sehr viel. Also du wirst wirklich auch ein Informationsbrunnen, der täglich sprudelt, das muss ich an der Stelle wirklich bemerken. Also Raffi, mal vielen Dank. Was ist denn eigentlich los im Bereich der Universitäten, im Bereich der Wissenschaft, die ja auch in Richtung Politik durchaus mal den einen oder anderen Hinweis geben könnten. Aber so richtig funktionieren, scheint das ja nicht, oder? Funktioniert, aber vielleicht nicht so optimal, ja. Noch ganz kurze Bemerkung zum Thomas Produktive, die von den Unproduktiven die Vorgaben kriegen, hinter dem politischen System, ich habe ein Buch geschrieben, zu geplanten Verschleiß, dass zum Beispiel die Glühbirnen nur halb so lang laufen und seit 90 Jahren, wie sie eigentlich mal gelaufen sind und die Laptops früher kaputt gehen. Hinter dem ganzen System stehen natürlich ganz massive Kapitalinteressen, große Konzerne, Eigentümer hinter den Konzernen, die treiben, dass die Produktivität tatsächlich geringer wird, dass die Produkte halb so lang halten, wie sie halten könnten. Weil wenn das Produkt halb so lang läuft und ich halte den Preis oben, dann ist das eine Preisverdoppelung und ich mache großen Gewinn. Aber darf ich dazu sagen, Sie machen es ohne logistische Hilfsmittel, das Kapital, weil das hat ja kein Gesetz. Und insofern werden teilweise die Politiker auch von bestimmten Finanzinteressen vor sich her getrieben. Also da gibt es ganz bewusste Gewinner von diesem Prozess, was du geschildert hast, produktive, unproduktive, dass wenn wir das System so vorantreiben, dann fließt das Geld zu den Aktionären. Die Aktien sind in Hand von mehr als 50 Prozent, in Hand von oberen 1 Prozent und da fließen die Ströme hin. So mein Ansatz als früherer Investmentbanker ist hier, follow the money, folgt dem Geld, welches Interessen und da erklärt sich manches. Nicht alles, aber vieles. Und zur geplanten, zum gekauften Wissenschaft habe ich jetzt im August mein zweites Buch dazu veröffentlicht. Da sieht man auch, dass momentan in Deutschland, wenn wir den ganzen Forschungsetat, für das ganze F&E Forschung und Entwicklung in Deutschland nehmen, gut über 100 Milliarden pro Jahr, dann sind zwei Drittel sind sowieso innerhalb der Industrie, da ist auch nichts dagegen zu sagen. Und vom letzten Drittel ist wiederum die Hälfte sehr stark von der Industrie mit beeinflusst, sodass wir in Deutschland momentan ungefähr fünf Sechstel gelenkte Forschung haben und ein Sechstel freie Forschung. Selbst an den Hochschulen, wo ich hier tätig bin, gibt es die Drittmittel, sind fast 50 Prozent alle Finanzierungen. Das heißt, dass nur noch jeder zweite Euro frei ist, wo der einzelne Forscher sagen kann, ich will über das und das forschen oder auch unterrichten, sondern jeder zweite Euro ist Vorgabe meistens über verschiedene Gremien, aber wo sehr stark die Industrie drin ist. Also wir haben die Industrie ziemlich gut, eigentlich die Forschung relativ stark schon im Griff von sehr starken Wirtschaftsinteressen. Und das sieht man ganz besonders stark, ich habe vor kurzem ein kleines Papier veröffentlicht. Es gab eine ganz maßgebliche Studie zu Corona-Lockdowns von dem Imperial College in London von dem Professor Ferguson. Der Professor Ferguson heißt heute auch Professor Lockdown, der hat am 16. März seine Studie veröffentlicht, wenn wir nichts machen, wenn wir Covid einfach laufen lassen, das Thema ist ja Lockdown, dann werden wir 40 Millionen Tote sehen, also wir brauchen einen harten Lockdown, mindestens fünf Monate. Und dieser, auch einen Tag spät ist dann in England, dieser Lockdown beschlossen worden und dann ging es über die angelsächsische Welt fast in die ganze Welt rein, auch in die dritte Welt, in Entwicklungsländer, die sich ja stark am westlichen Denken orientieren. Und dieser Professor Lockdown Ferguson, der fällt auf, wenn man jetzt die Geschichte nimmt, Vogelgrippe, Rinderwarn, Schweinegrippe, da hat er jedes Mal gesagt, es gibt drei Millionen Tote und dann hat es 300 Tote gegeben oder es gibt zehn Millionen Tote und dann hat es 5.000 Tote gegeben oder es gibt 240 Millionen Tote und dann haben wir 300 Tote gehabt. Also der war in der Regel, wenn Sie seinen Track Record anschauen, die letzten 15 Jahre, war er so faktisch, war er 10.000 daneben gelegen. Also ein ziemlich blindes Huhn, systematisch daneben. Und jetzt kommt er mit Modell an und sagt, wenn wir nichts tun, dann haben wir 40 Millionen Tote, wir müssen impfen. Und immer hieß es, Lösung ist impfen. Und wenn man sich das Imperial College anschaut, die haben allein dieses Jahr 79 Millionen Dollar von der Gates Foundation bekommen, in den letzten zehn Jahren 190 Millionen und seit zehn Jahren geht die Who's Who der Pharmaindustrie da ein und aus. Die kooperieren ganz eng mit der Pharmaindustrie. Was nicht geforscht ist, ist zum Beispiel Prophylaxe, Gesundheit, frische Luft. Also denn das Schlimmste, was der Pharmaindustrie passieren kann, wäre gesunde Menschen. Wenn wir alle gesund wären, ich war ein Investmentbanker, dann würden die Gewinne nach Süden gehen von den Konzernen. Also was ich sagen will, an diesem Imperial College, von dem maßgeblich der Lockdown auf der ganzen Erde ausgegangen ist. Sogar die Diskussion heute, Great Barrington, Eindämmen versus Suppression. Diese ganze Diskussion ist am 16. März veröffentlicht worden von einem Mann, der vollkommen blind ist in Prognosen und jetzt wieder vollkommen blind ist. Alle Prognosen, die er gemacht hat, für dieses Jahr, sind komplett falsch. Wenn man zum Beispiel Schweden anschaut, hat er 82.000 Tote prognostiziert, heute haben es 6.000, obwohl die keinen Lockdown gemacht haben, keinen harten. Also wieder vollkommen falsch und immer Impfen ist die Lösung. Na ja, da sieht man, wo dieser Spirit herkommt. Der wird von der Impfindustrie infiltriert, wird über viele Zuwendungen, dann werden die Leute rausgesucht, die eben besonders Impfen propagieren. Der muss auch nicht mal lügen, sondern man nimmt nur die Leute raus, die eben nicht an Prophylaxe, nicht an Gesundheit denken, sondern die einfach immer impfen, impfen, impfen und die kriegen das Mikrofon hingehalten. Und zum Schluss, in Deutschland ist es ein kleines bisschen ähnlich, weil der Herr Drosten, der hat vor zehn Jahren auch gesagt, die einzige Lösung, das war glaube ich die Vogelgrippe, ist Impfen, Impfen, Impfen. Das ist ein ganz gefährliches Virus. Der ist auch vollkommen blind gewesen, dieser Mann. Also wirklich ein zertifizierter Fehlprognostiker nachgewiesen und je mehr man fehlprognostiziert, umso mehr kriegt man das Mikro in die Hand. Also kurz zum Schluss, der Fisch stinkt vom Kopf, die Wissenschaft ist wahnsinnig wichtig, das heißt immer, die Wissenschaft hat festgestellt und auf die berufen sich alle. Und deswegen, wenn Sie mal schauen, wie die Ströme in die Wissenschaften rein sind, in die Universitäten, in die Institute rein sind, da fließen riesige Geldströme und da werden Leute hochgeschwemmt, die eben sehr, sehr industriefreundlich sind und das ist für uns Menschen absolut schlecht. Ja, lieber Christian, ich danke dir sehr für das Aufzeigen dieser interessanten Zusammenhänge, die glaube ich sehr, sehr wichtig sind, die auch vielen Menschen nicht immer so bekannt sind und wenn wir uns jetzt über Geldströme, über diese Zusammenhänge jetzt unterhalten, möchte ich noch einmal zu dir kommen, liebe Ulrike. Du gehst ja auch der Frage nach, die wir uns stellen sollen, wo kommt eigentlich das ganze Geld her? Also Thema Geldschöpfungsprozess, du hast es ja eingangs schon ein bisschen angesprochen, aber wie funktioniert das eigentlich? Also wo kommt das Geld her? Die Frage stellt sich. Also ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, was Thomas da ausgeführt hat, dass wir ja eigentlich Steuern haben und die den Politikern zur Verfügung stellen und die Politiker damit unsere Infrastruktur finanzieren, dann stellt man fest, das ist überhaupt gar nicht mehr der Fall, weil die Steuern überhaupt nicht mehr reinkommen. Also wir haben ja eine viel geringere Wirtschaftsleistung im Moment, aber trotzdem Kapitalflüsse ja stattfinden und sie finden halt, wie du lieber Christian ja gerade erklärt hast, direkt von den Konzernen in den Wissenschaftsbereich rein oder direkt in die Ministerien oder direkt in Körperschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, mit der ich mich dann zum Beispiel etwas näher beschäftigt habe und man stellt fest, das ist nicht unser Geld, sondern das Geld kommt von irgendwo her und man muss sich wirklich die Frage stellen und ich habe sie tatsächlich auch noch nicht klar beantworten können, wo das Geld herkommt. Wir stellen fest, die Geldmengen werden immer größer, aber wir haben keine Gegenleistung und das kommt aus Zentralbanken und über den Kapitalmarkt wird das irgendwie rumgespült und wie gesagt, es wird ins Land reingespült und spült sich auch wieder raus, aber es kommt nicht aus unserem Steueraufkommen. Ja, absolut. Also ich möchte an der Stelle noch ergänzen, also wer sich für das Thema Geldschöpfung, wo kommt es Geld eigentlich her, interessiert und sich näher beschäftigen möchte, dem kann ich den Wirtschaftsblock von Professor Norbert Hering nur wärmstens empfehlen, einer der einflussreichsten Denker im geldpolitischen Bereich, also kostenfreie Newsletter, könnt ihr abonnieren. Ich habe auch nichts davon, auch Menschen machen Mut, hat nichts davon, aber ich finde es einfach eine wertvolle Information, sich mit seinen Analysen zu beschäftigen und er, aber eben auch ein Mann wie Professor Senf, Professor Sinn, Dirk Müller, Minister Dax, also ihr kennt ja alle, Max Otte und wie sie eben auch alle heißen, die sagen ja alle eindeutig, ja das Geld wird aus der Luft produziert, es wird einfach erzeugt, das sind eigentlich nur Zahlen und Einsen am Bildschirm und darüber sollten wir eben mal nachdenken, denn mit diesem Geldschöpfen aus der Luft, das sogenannte Fiat Money, hat man ja uns in der Hand, eigentlich nur deshalb, weil wir daran glauben, dass wir für irgend so einen Zettel eben irgendetwas bekommen, also es scheint auch ein bisschen die Psychologie hier irgendwie eine große Rolle eben auch zu spielen und es wird ja noch nicht mal in den Lehrunterlagen der Deutschen Bundesbank richtig vermittelt, der Geldschöpfungsprozess, geschweige denn an den Universitäten, da wird also, wie wir alle wissen, mit sehr vielen Halbbarheiten eben auch entsprechend operiert. Ich habe so leise den Verdacht, dass diese ganze Bildung gerade in diesem Bereich und auch im universitären Bereich dazu dient, dass wir eigentlich nicht genau wissen, was sich hinter dem Ganzen verbirgt, aber wir alle ein perfekt funktionierendes Rädchen in diesem ganzen System sind und einfach funktionieren und vielleicht wäre einfach eine Lösung aus diesem Problem des Systems herauszugehen, wenn wir einfach aufhören würden, diese funktionierenden Zahnrädchen weiterhin zu sein. Wäre ja vielleicht eine Idee. Lieber Thomas, in das Thema der Geldsteorie wollen wir heute Abend jetzt... Thomas, oder wolltest du... Darf ich noch ganz kurze Bemerkungen? Die amerikanische Notenbank hat seit 2007, seit dem Ausbruch der Finanzkrise, die Zahl der gedruckten Dollarscheine ungefähr verneunfacht. Ob digital oder physisch, die Zahl der Geldscheine in den USA hat sich in den letzten 13 Jahren verneunfacht und die Zahl der Geldscheine im Euro-Raum, egal ob gedruckt oder digital, das meiste Giraldgeld, hat sich für sechserhalbfacht. Nur zu deiner... Was du gesagt hast, das sind Zahlen, wie es die Amerikaner noch nie in 200 Jahren Wirtschaftsgeschichte gehabt haben, dass die Notenbank die Geldpresse anwirft in einem Umfang, das ist historisch, wirtschaftshistorisch einzigartig für USA, für Europa auch, für Japan auch, für England auch, alle machen das. Also wir haben hier einen Geldberg, der sich so versechst- bis verneunfacht hat in den Industrieländern und der Güterberg, der ist um vielleicht 10, 20 Prozent gewachsen. Und also wir haben da ein Ungleichgewicht, das ist ungeheuerlich, weil irgendwer hatte diese Scheine alle in der Hand, ja? Und sagt, eines Tages will er was dafür kaufen. Und wenn das alle gleichzeitig machen, wie du gesagt hast, dann werden wir feststellen, so viele Güter sind gar nicht da, wie da ein kleinen grünen und blauen und gelben Scheinchen da ist. Entschuldigung. Wenn ich da nochmal einhaken darf, also wenn man sich das anguckt, was systemisch gemacht wurde, ist das im Prinzip ein Raubzug. Also es wurde oben Geld gedruckt, dann wurde das in das System reinkanalisiert, also an Kommunen oder auch an Regierung verliehen. Und dann hieß es, jetzt habt ihr diesen Riesenschuldenberg, jetzt müsst ihr uns den zurückzahlen. Ah, das könnt ihr nicht. Na, dann nehmen wir doch mal ein paar Krankenhäuser von euch weg oder ein paar Kitas oder sonstige Infrastrukturprojekte und dann werden die privatisiert. Also das ist im Prinzip, um das mal vereinfacht darzustellen, der Mechanismus, der genutzt wurde. Und es stellt sich, wie gesagt, die Frage, mit welcher Legitimation dürfen Zentralbanken Geld drucken? Also im Prinzip gibt es ja keine Aufsichtsbehörde, die das in irgendeiner Art und Weise aus der Bevölkerung raus kontrolliert, steuert oder rechtsstaatlich in irgendeiner Art und Weise kontrolliert. Ja, das ist das Legistische dahinter. Wir wären ja gezwungen, das Zentralbankengeld zu verwenden. Genau. Ja, also es wird mit der Zentralbanken, Banken und Staat spielen hier eine Einheit und wir sind legistisch gezwungen. Das Lustige ist ja dann, dass die amerikanische Zentralbank und auch die Deutschen Gott sei Dank sehr viel Gold haben und auf Lager, weil sie wissen, wenn das kollabiert, braucht man was Werthältiges. Aber was passiert, nur dass ich kurz mir einmisch, was passiert, wenn eine Zentralbank Gold kauft? Sie tauscht ihr wertloses Produkt gegen Werthältiges und gleichzeitig zwingt sie sie, ihr Geld zu verwenden und sie bocken dann das Gold weg. Das muss man auch bedenken. Ja, durchaus intelligent aus deren Sicht, würde ich mal sagen, ein Schelm der Böses. Blödsinn, ne? Ja, also du hast gerade auch den Kollaps angesprochen. Also wir sind jetzt ja im zweiten Lockdown, Lockdown light. Also wie light er diesmal ist und vor allem wie lange, wird sich ja wohl noch zeigen. Aber er hat eben, wie wir jetzt erkennen, schon dramatische Auswirkungen eben auf die Wirtschaft und du bist ja, Thomas, der Realwirtschaft als Unternehmer auch sehr verbunden. Wo siehst denn du da in dem Bereich die größten Probleme, sagen wir, Kunst, Kultur, Solo-Selbstständige, die ganze Gastronomie, also gerade sie eigentlich, die sich am allermeisten an diese sogenannten Regeln gehalten haben, die trifft sich jetzt ja gerade mit am schlimmsten. Wie ist denn da die Stimmung? Was kriegst du denn da so mit, wenn du angesprochen wirst? Also in der Gastronomie ist es recht einfach. Die Leute, die im Servicepersonal arbeiten, mal ein einfaches Beispiel zu nennen. Ein Freund von mir betreibt am Opernplatz in Frankfurt Gastronomie. Der hat 40 Angestellte und der sagt mir, du, bei mir kriegt mein Kellner 2000 netto im Monat und der hat das gleiche, schon mal ein Trinkgeld. Jetzt hat er 1200 im Monat. Kannst du dir ausrechnen, wie lange der überlegt? Der überlebt zwei, drei Monate und dann braucht er Geld. Und von den 40 haben sich, glaube ich, schon 35 beim Chef Geld geliehen, um erstmal zu überleben. So sieht es in der Realwelt aus. Gastronomie, was diese große Veranstaltungsindustrie angeht, Kultur, Kunst, gehört ja auch der Fußball dazu, Musik etc., muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich verwundert, weil fast drei Millionen Menschen, die in dieser großen Industrie arbeiten, ist, glaube ich, nach Automotive mit 130 Milliarden Umsatz im Jahr die zweitgrößte in Deutschland, drei Millionen Leute, wo sind die eigentlich alle? Wo sind die? Die haben keine Gewerkschaft, die sind nicht organisiert. Da frage ich mich, Leute, wo seid ihr alle? Ihr müsst mal eure Stimme erheben, ihr müsst mal auf die Straße gehen oder Aktionen machen. Sehe ich nicht. Ich sehe keine Künstler, ich sehe keine Musiker, ich sehe ab und zu mal einen, keine Ahnung, der lässt einen Kommentar ab, da kann ich mal den Kopf schüllen, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ich weiß nicht, wo die Leute abtauen und sich verstecken. Da wünsche ich mir einfach mehr Dynamik, mehr Solidarität und einfach mehr Aktionen auch. Es sind ja auch, in der ersten Wissen ist ja auch alles selbstständige Menschen und wenn man sich mal für diesen selbstständigen Weg entschieden hat, da gehst du ja auch nicht gleich zum Amt und meldest Hartz IV an. Die wollen ja auch ihr eigenbestimmtes Leben beibehalten und jeder, der mit Leidenschaft keine Ahnung, Bühnenbauer ist oder Musiker ist, der möchte ja auch nicht morgen umschulen und will jetzt S-Bahn-Fahrer werden oder Busfahrer werden. Von daher, wie gesagt, ist es für mich einfach unerklärlich in dieser Gesellschaft, dass es so viele Menschen gibt, die das alles so noch akzeptieren. Und was ihr jetzt gesagt habt hier über die Finanzindustrie, das ist doch letztendlich nur die Spitze vom Eisberg. Das betrifft doch alle Lebensbereiche in unserer Gesellschaft. Uns wird immer was vorgegaukelt über alle Themen, die wir haben. Umwelt, Einwanderung und, und, und. Und ich habe es schon ein paar Mal dir auch privat erzählt. Wenn wir mal in Berlin waren, weil wir da noch Familie haben und einen Freundeskreis, die teilweise auch wirklich von den jetzigen Entscheidungsträgern da einen privaten Draht hin haben, war die Aussage zu jedem Thema immer die gleiche. Egal, über was wir gesprochen haben, haben die immer gesagt, das interessiert doch keinen hier. Das ist eine erschreckende, aber danke auch, ehrliche Antwort dazu. Ja, und diese große Irreführung, die wir jetzt seit acht Monaten erleben, dass man hier an Tatsachen, an Fakten vorbei, eindimensional eine Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Was ist denn das für eine Politik? Politik soll doch vereinen. Die soll doch die Leuten, die Angst nehmen. Wir haben hier nur Panikmache seit acht Monaten. Ja, es gab ja einen sehr bekannten bayerischen Politiker. Er lebt ja nicht mehr. Aber ich möchte jetzt den Namen auch gar nicht nennen, aber er hat mir gesagt, wer die Menschen oder das Volk in Angst und Schrecken versetzt und damit eben wirklich steuert, tut das Werk des Teufels. In dem Fall muss ich ihm wirklich Recht geben. Also ich glaube, das ist auch das, was gerade eben auch passiert. Wir werden in Angst und Schrecken auch versetzt. Und wie hat es Goethe auch so schön formuliert, dass Menschen größtes Glück ist die Befreiung von der Angst. Angst und das wäre glaube ich ein ganz guter Ratschlag, dass wir uns von der Angst befreien, denn wir dürfen jetzt wirklich alle, jeder für sich, aber auch gemeinsam für die eigene Wahrheit stehen. Und Angst ist da wirklich ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Aber die Politik schafft es ja ganz gut, uns immer wieder in Angst und Schrecken zu versetzen. Ich darf an der Stelle ja auch durchaus mal öffentlich sagen, dass der, glaube ich, Peter Frey, ehemalige Programmchef aus dem Hause ZDF, hat ja dann in seinem Ruhestand sich mittlerweile auch getraut zu sagen, natürlich haben die Medien einen Auftrag, regierungstreu oder regierungsunkritisch zu berichten. Also ich glaube, er muss es wissen in dieser Position, in der er mal tätig war. Auch meine Frau, die ja 20 Jahre lang im öffentlich-rechtlichen Fernsehen tätig war, könnte hier die eine oder andere Anekdote zum Besten geben. Also ich bin für mich ja mittlerweile eigentlich zu dem ganz einfachen Schluss gekommen, wenn ich so ein bisschen die Medien verfolge aus der Ferne, ich tue das sehr selten, aber ich screne eben die Headlines und gehe dann einfach vom Gegenteil aus und dann bin ich zu 90 Prozent auf der richtigen Spur. Das wäre vielleicht auch so ein praktischer Tipp für die Leute zu Hause an den Fernsehbildschirmen. Erich, ich möchte noch eins sagen. Ich meine, die Menschen, die jetzt heute Abend hier in dem Raum sind, sind ja sowieso schon mit einem anderen Bewusstsein ausgestattet, aber die vielleicht zuschauen, Streaming zuschauen, das ist meine Message eigentlich an alle. Leute, das ist euer Leben. Da seid ihr alle für eigenverantwortlich. Ihr braucht keinen, der euch irgendwie eine Vorschrift macht. Jeder kann sich selbst um seine Gesundheit Gedanken machen, um seine Ernährung, um seine Kinder, um sein Leben und das ist doch, wir wollen das selbstverständlich leben. Wir wollen doch keinen haben, der uns wegen jedem Käse irgendwelche Vorschriften macht. Absolut. Das ist schon ein ganz klarer Hinweis eben auch zum Thema der Lüchenswege, indem ich zurück in die Eigenverantwortung, selbstverantwortlich eigene Entscheidungen treffen und eben nicht mehr sich dem betreuten Denken hinzugeben. Leider machen das noch viel zu viele das Hobby des betreuten Denkens. Also nach dem Motto denkst du selber oder wirst du gedacht? Die Frage muss man ja durchaus erstellen. Bevor wir jetzt vertiefend noch über weitere Lösungsaspekte sprechen, Ehrlich vom Betreuten Denken ist es nicht weit ins betreute Wohnen, gell? Ja, eine durchaus vielleicht gewollte Verwandtschaft der Begrifflichkeiten kann man hier durchaus unterstellen. Und bevor wir uns eben noch weiter mit Lösungen beschäftigen, wissen ja auch viele vielleicht schon, dass ich mich seit Jahren mit dem Thema oder mit der Frage beschäftige, wer wird denn eigentlich mal die Zeche bezahlen von diesem allen hier. Und am Ende ist es ja eigentlich immer der kleine Bürger, nämlich wir alle gemeinsam, und Staaten und Banken sind da, wenn es ums Zahlen geht, eher nicht so vorne mit dabei, um es mal etwas salopp zu formulieren. Stichwort Gesetzeslage, Enteignungen. Das ist ja auch so ein Thema, das dich eben auch immer wieder eben beschäftigt. Und es gibt da verschiedenste Gesetze, die längst in Kraft sind. Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Das ist die Enteignung von jedweden Bankguthaben von euch allen. Die meisten wissen es eben noch nicht. Also da gibt es auch Bücher dazu, könnt ihr alles finden. diese Informationen. Aber stimmt sie mir dazu, dass das Thema Enteignung durchaus in mehreren Varianten wohl auf uns zukommen wird? Naja, wenn man in dem System bleibt, in dem wir jetzt sind, sprich, wir glauben daran, dass wir diese Zahlungsströme zahlen und bedienen müssen, dann wird der Regierung gar nichts anderes übrig bleiben, als uns zu enteignen. In welcher Form auch immer. Und da muss man sagen, also da gibt es ja eine ganze Reihe von Gesetzesgrundlagen, die im Prinzip das erlauben. Und das Nächste, was im Prinzip ansteht, ist entweder die Enteignung unserer Immobilien, um einfach den Kapitalfluss hinterher wieder zu bedienen, oder im ersten Schritt, wenn es Versorgungsengpässe in den nächsten Monaten gibt, dann kommt die Enteignung der produzierenden Gewerbe rund um Nahrungsmittel. Das heißt also, die Höfe fallen als erstes in die staatliche Hand und natürlich auch Bäckerketten oder Nahrungsmittelbetriebe. Und das ist gesetzlich verankert. Und zwar schon offiziell, das kann man auch tatsächlich, ich glaube, die Welt hat das 2016 schon thematisiert. Das ist im Prinzip seit dem letzten Weltkrieg schon so angelegt. Also da braucht man überhaupt gar keine neuen Gesetze schaffen. Wenn die Regierung jetzt, wie auch immer, oder über diese Krise eine Versorgungslücke entsteht, wird es zu Enteignung kommen. Also da muss man sich nichts wohumachen. Ich glaube, das kommt. Oder wir überlegen uns, dass wir dieses System halt nicht mehr akzeptieren. Da müssen sich aber mehr Leute als jetzt hier in diesem Raum erheben und tatsächlich mal mit ihren Füßen oder auch mit Taten sagen, wir wollen das nicht. Aber wie gesagt, wenn wir in dem System bleiben, werden wir um eine Enteignung nicht hinwegkommen. Ist meine persönliche Meinung. Darf ich nur kurz ergänzen dazu? Bitte. Am 9. April, am Höhepunkt des ersten Lockdowns, ist im Bundestag erschienen eine Studie zur Wiederauflage des Lastenausgleichsgesetzes. Wenn wir jetzt wissen, wie lange ein Bundestag braucht für eine Studie, weiß man, das war weit vor Corona in Auftrag gegeben. Das ist nur also das Detail am Rande, aber das ist ein beängstigendes Detail. Und diese Studie wurde am 9. April veröffentlicht. Und in Massenmedien haben es natürlich nicht gebracht auf Bachema. Dort kommen hat man es schon gesehen. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, Enteignung heißt nicht immer nicht unbedingt total Enteignung, es kann einfach Teilenteignung sein. Eine Konkursmasse, wenn ein Unternehmen Insolvenz geht, dann ist erstmal der Eigentümer weg, zum Beispiel der Thomas, wenn er Unternehmer ist und ein falsches Unternehmen hat. Und dann sind, das, was übrig bleibt, wird dann eben auf die Gläubiger aufgeteilt. Also das heißt nicht, dass alles Geld weg ist, aber dass eben ein Teil weg geht. Und deswegen sage ich als Banker, wir haben eben immer so verschiedene EWB-Einzelwertberichtigungen gehabt, verschiedene hohe Ausfälle pro Kredit, dass einer ganz ausfällt. Das ist jetzt eher selten, weil irgendwelche Sicherheiten haben wir ja immer. Es gibt keinen Kredit ohne Sicherheit, ein Haus oder ein Auto, irgendwas haben wir ja immer. Also wir reden von Teilenteignungen. Also das heißt nicht, dass alles weg ist, sondern eben, dass etwas abgezwackt wird. Das stimmt. Nee, absolut richtig. Es stellt sich natürlich dann die Frage, wie man in einer kollabierten Wirtschaft als Autonomalbürger, der jetzt praktisch vorher irgendwie einen Friseursalon hatte oder sonst was für ein Unternehmen, im kleineren Bereich oder vielleicht auch in einem Unternehmen gearbeitet hat, dann wieder eine Wirtschaftsleistung erbringen kann, um dann praktisch wieder das Haus neu abzuzahlen zum Beispiel. Also das wird zunehmend schwierig und ich sehe im Moment keine Lösungsansätze von der Regierung, die diese Aspekte adressieren. Ich sehe auch nicht in den Massenmedien, dass diese Aspekte thematisiert werden, aber ich glaube schon, dass sich jeder da Gedanken machen sollte, wie genau das im Detail funktionieren kann. Und da gibt es unterschiedliche Szenarien. Also wie gesagt, wir können das weiter so spielen. Die Regierung hat dann unterschiedliche Mechanismen, die sie nutzen kann, um Teilenteignung zu machen, bestimmte Zweige oder Kommunen enteignen oder was auch immer. Das kann man dann sich angucken. Ja, ich darf an der Stelle auch ergänzen. Also ich gebe euch da beiden durchaus recht, aber man darf die Fantasie nicht unterschätzen der Politiker und sonstigen Interessensgruppen, wenn man an unser Bestes will, nämlich an unser Geld. Ja, das ist leider so. Es sind da so viele Dinge längstens vorbereitet. Also was Thomas Bachheimer gerade sagte zum Thema Lastenausgleichsgesetz. Also unser ehemaliger Finanzminister Wolfgang Schäuble hat bereits, meine ich, 2016 öffentlich gesagt, naja, wisst schon, wir haben ein Lastenausgleichsgesetz im Jahre 2011 vor neun Jahren evaluiert. Das bedeutet, für die moderne Zeit zur Anwendungsfähigkeit gebracht. Also man wusste sehr lange schon, irgendwann kommt was auf uns zu. Der Wissenschaftliche Dienst vom Deutschen Bundestag hat ja eben auch feststellen lassen, dass man eine Vermögensabgabe für verfassungskonform hält. Also ich bin mal gespannt, wie weit diese Teileneignung geht, weil wenn man da was nimmt, da was nimmt, da was nimmt, dann noch einen Währungsschnitt oder was auch immer, dann ist vielleicht der große Teil der Bevölkerung so gut wie alles los. Also ganz positiv, wenn ich mir die ganzen rechtlichen Grundlagen anschaue, bin ich da nicht unbedingt. Das wollen wir jetzt gar nicht so sehr vertiefen, aber ich kann da wirklich die Versammlungsteilnehmer und auch die Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen nur dazu auffordern, informiert euch, da kommt eine ganze Menge auf uns zu. Und vielleicht ein praktischer Tipp noch für den Alltag, wo euer Geld mal ganz sicher nicht hingehört, ist auf die Bank. Denn Banken sind anerkanntermaßen, wenn man sich die Strafzahlungen anschaut, die die Jahr für Jahr zahlen, Milliarden über Avermilliarden, ob es die Deutsche Bank ist oder ich könnte hier fast jede Großbank nennen, also auch Vergleichszahlungen, das sind oft zig Milliarden. Also Vergleichszahlung ist für mich eine nette Umschreibung eines Schuleingeständnisses, damit ich nicht verurteilt wäre und es noch schlimmer wird und noch teurer wird. Also ob das das Alu-Kartell ist, Zinsenmanipulation, Liborskandal und, 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 Beihilfe zur Steuerhinterziehung, Cum-Ex-Geschäfte, Finanzierung verbotener Waffengeschäfte. Also es wird einem fast schwindelnd, wenn man sich diese Vielzahl an Kreativität, der Methodik dort mal betrachtet. Also holt euer Geld von der Bank, macht sinnvolle Dinge damit und im Übrigen ist das Geld auf der Bank nicht euer Eigentum. Den Einschiff wollte ich an der Stelle einfach mal machen. Denkt darüber nach und geht auch hier eigenverantwortlich entsprechend in die Handlung. Darf ich zur Kreativität noch was sagen? Finanzkrise 2008, die Banken haben den Staaten mit auch Geld geborgt. Das ist klar, das wissen wir. Dann kam die Finanzkrise und dann haben die Staaten den Banken irgendwie Geld verschafft. Wir wissen schon, wie das Buch halterisch geht, aber für den normalen Menschen ja völlig absurd. Aber wir haben alle mitgemacht und der österreichische Staatsbürger hat innerhalb eines Monats 2008 von 13.000 Euro Staatsschulden von seiner Geburt auf 28.000. Das muss man sich vorstellen. Diese 15.000 waren rein Bankenschulden, die wir in der Staatsverschuldung auf unseren Rücken genommen haben. Sie sind noch nicht schlagend geworden, weil die Banken konnten sich teilweise wieder erholen, das muss man fairerweise sagen. Aber ich habe einfach auf einmal 15.000 Euro mehr Schulden gehabt innerhalb von einem Monat. Und das ist schon auch kreativ, wie die Banken und der Staat. Zuerst borgt der Staat den Banken und dann die Banken dem Staat. Also umgekehrt, umgekehrt, ja. In Deutschland war es ja ähnlich bei der Commerzbank. Das war damals, glaube ich, die drittgrößte deutsche Bank. Die war pleite. Ja, und Regierung Merkel hat Anteile, hat Aktien an der Commerzbank gekauft. Drittgrößte deutsche Bank pleite. AIG, American Investment Group, die größte US, der größte Versicherungskonzern der Erde war pleite. Und die US-Regierung hat den gerettet. Also es war 2008, 2009 so ein bisschen, wenn man sich überlegt, was könnte Finanzkrise bedeuten. Du hast vorhin gesagt, dass dann der Truckfahrer beim Zahlen nicht mehr Euro akzeptiert, sondern irgendwas anderes akzeptiert, der Tankwart. Also da haben sich über Nacht nicht mehr die Deutsche Bank, der Dresdner Konzernbank über Nacht kein Geld mehr geliehen, weil sie gedacht haben, am nächsten Tag kriegen sie es nicht zurück. Das heißt Finanzkrise. Also wenn das Vertrauen zusammenbricht ins Geld, dann hört auch der Geldautomat auf, das Geld auszudrucken. Also ich weiß nicht, ob das kommt und wie es kommt oder ja, ob oder wie. Aber ich will nur darauf hinweisen, was das heißt, Finanzkrise, dass das Vertrauen bricht. Und alle Kreditkommende von Kredere, von Glauben, von Vertrauen. Und wenn das Vertrauen bricht und dann die Leute sagen, ich glaube nicht mehr an den Euro, an den Dollar oder an den Pfund und dann gibt man Alternativen. Also das kann, so Szenarien sind durchaus möglich, weil heute haben wir ja so viel mehr Geldscheine, die da sind, als an realen Werten da ist. Und wenn die Leute irgendwann mal merken, nein, ich glaube an das Geld nicht mehr, dann haben wir sofort einen Vertrauensbruch. Und was dann passiert, weiß ich nicht. Ob es den Regierungen nochmal gelingt? Nein, euer Geld ist sicher. Das war damals in Irland, das erste Land, die Regierung, die gesagt hat, euer Geld ist gedeckt. Und dann kam relativ schnell Merkel, euer Geld ist gedeckt, das ist sicher. Und die Notenbanken haben gedruckt und gedruckt und gedruckt. Und wenn aber die Menschen irgendwann mal die Versprechen, es sind alles Versprechen. Jede Schuld ist ein Versprechen, ich zahle dir später das Geld zurück. Jeder Geldschein ist eigentlich ein Versprechen, du darfst später das eintauschen, ursprünglich gegen Gold, jetzt hier nicht mehr, sondern gegen Waren, gegen eigentliche Arbeitskraft. Ein Geldschein war früher ein Lagerschein und heute ist ein Schuldschein. Genau. Man hat die Vorzeichen geändert. Und wenn das Vertrauen, das baut alles auf dem Vertrauen, auf das wir zu diesem System haben, und wenn das Vertrauen bricht, dann kriegen wir ein Problem. Ich habe dazu ein Beispiel. Ich borg dem Christian, oder der Christian hat Winterreifen. Und ich sage, ich kaufe dir die Winterreifen um 500 Euro ab und gebe dir am Montag das Geld. Dann steigt der Schuldenstand in Europa um 500 Euro. Nachdem ich ja zumeist recht anständig bin, fahre ich am Montag zum Christian mit einem 500 Euro Schein. Ist die Schuld gelöscht? Nein. Der Schuldenstand in Europa ist weiterhin um 500 Euro höher, weil hier wird die Schuld mit dem Euro Schein an die EZB übertragen. Das ist das Geldsystem. So schaut es aus. Und wenn alle Schulden zurückgezahlt werden, ist die Geldmenge in Europa fast null. So schaut es aus. Also die wollen gar nicht, dass wir das zurückzahlen. Und in der Produktivität muss man noch dazu sagen, jetzt haben wir eh keine Zinsen mehr, aber wie wir Zinsen hatten, die Geldmenge steigt, steigt und steigt. Die Menschen, das Geld geht ja raus über Kredite und die Menschen müssen aber die Zinsen für diese Kredite erwirtschaften. Aber die Geldmenge für die Zinsen wird nicht produziert. Also das erzeugt sowieso Pleiten. Eigentlich ist das Fiat-Mann-System sogar deflationär, wenn man es ganz zu Ende denkt. Das wäre ja Applaus jetzt wert vielleicht. Ich habe mal gelesen, echte Profis überfallen keine Bank, sie gründen eine. Sie gründen eine Bank. Von Bert Brecht. Ja, was ist schlimmer als ein Bankraub, eine Bank gründen. Ja, Brecht hat es wieder mal gewusst, genau. Ja, wenn ich mir das so anhöre von euch, mir eigene Gedanken dazu mache, dann drängt sich mir der Verdacht auf. Gibt es vielleicht auch eine Vertrauenskrise? Sollten wir vielleicht auch mal über Politik reden, über das parteipolitische System? Ich habe ja fast den Verdacht, die Regierung hat sich irgendwie an die Macht geputscht und bestimmt jetzt eben über uns, wie es der Thomas so schön gesagt hat, diejenigen, die noch nie irgendwas produziert haben, bestimmen über uns, die was produzieren sollen. Also vielleicht müssen wir das Verhältnis irgendwann umkehren. Ich möchte die Frage mal in die Runde gehen. Haben wir denn ein Thema mit der Politik, mit den Parteien? Wie seht ihr das denn? Also ich, wenn ich da mal anfangen darf, also Vertrauen habe ich keins mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wüsste auch heute nicht wirklich, wem ich da meine Stimme geben sollte. Und ich glaube, die grundsätzliche Problematik, die wir hier haben in dem politischen System, das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern auch in den meisten anderen Ländern, ist, dass die Politiker überhaupt nicht einstehen müssen für ihre Handlungen. Und im Prinzip ist das tatsächlich in der freien Wirtschaft und das ist in der freien Wirtschaft leider Gottes ganz ähnlich. Also wenn ich ein CEO von einem aktiengelisteten Unternehmen bin, dann bin ich im Prinzip rechtlich fast nicht wirklich belangbar. Also ich kann schalten und walten über die Gelder des Unternehmens und wenn tatsächlich irgendwie das Geld dann weg ist am Ende, solange ich mich nicht wirklich strafbar gemacht habe, mit einem ganz klaren Vergehen, bin ich nicht belangbar. Und das ist sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik gang und gäbe. Das ist im Prinzip das rechtliche Konstrukt. Insofern haben wir da oben einen Wildwesten im Prinzip kreiert, in dem sich da oben die Leute gegenseitig die Bälle zuschießen, ohne dass es Konsequenzen gibt. Und die Bevölkerung trägt immer das Leid. Und das ist eigentlich ein System, was wirklich für uns alle nicht gut ist, inklusive der Politiker. In weiten Fällen muss man ja sagen, die haben ja auch wieder Kinder oder Großeltern, die in Altersheimen betreut werden und im Zweifelsfall jetzt sich dem auch nicht mehr entziehen können aus diesem System, das sie jetzt nun geschaffen haben. Insofern würde ich schon dafür plädieren, dass wir darüber mal nachdenken, ob man nicht ein anderes System entwickeln kann und wie denn das möglich wäre. Ja, dann können wir uns gar nicht anschließen. Also darf ich vielleicht noch ergänzen, im Grundgesetz steht, die Parteien wirken bei der politischen Meinungsbildung mit. Das habe ich als Schüler irgendwie auf der Schule gehört. Da dachte ich mir, naja, die haben es doch in der Hand eigentlich. Und das Zweite, im Grundgesetz steht, der Abgeordnete ist ausschließlich seinem Gewissen verpflichtet. Und jetzt haben wir aber im Bundestag und ich glaube auch in den Landesparlamenten Fraktionszwang. Wer also seinem Gewissen folgt und nicht der Fraktion, der verliert seinen Job. Also wir widersprechen eigentlich mit unserem momentanen Parteiensystem permanent unserem Grundgesetz. Wir haben Fraktionszwang, das ist Maulkorb und wir haben Parteienzwang. Und wir haben Parteienzwang und wen sollen wir dann noch wählen und keiner ist haftbar und das ist irgendwie eine Idee, direkte Demokratie. Die Schweiz ist euer Vorbild, das ist ein Nachbarland von Österreich und von uns. Direkte Demokratie oder vorhin fiel das Wort, wer hat es genannt? Basisdemokratie. Basisdemokratie. Ja. Ich habe auch einen Freund davon. Ja, darf ich zur Vertrauens-Erosion noch was sagen. Das ist natürlich ein Prozess, der über Jahrzehnte gegangen ist und der jetzt den finalen Punkt findet, ob 2021 oder 2025 ist eigentlich egal. aber es liegt auch am Geldsystem. Sie müssen sich vorstellen, normale Republiken hatten eine Finanzierungsmöglichkeit der Staatsfinanzierung und das war die budgetäre Staatsfinanzierung. Man konnte nur das ausgeben, was ich an Steuern einnahm und es war die persönliche Steuerlast direkt vergleichbar mit den Staatsausgaben. dann kam 1971 das völlige Entkoppeln des Geldsystems und dann haben die Leute anfangen können mit Tricks, mit geldpolitischen Tricks die monetäre Staatsfinanzierung auszuschalten, die budgetäre Staatsfinanzierung auszuschalten und wir kamen in die monetäre Staatsfinanzierung, das ist eben Staatsfinanzierung mit diesen Geldtricks. Bei Inflation verliert man, bei einem Crash verliert man und so weiter. Was hat das bewirkt? Dieses freie Geldsystem hat Versprecher angezogen in der Politik, die jeden da was versprochen haben, die es niemals mit budgetären Mitteln gezahlt hätten können, aber die hat ihnen das und das versprochen und hat es ihnen dann über den geldpolitischen Tricks abgenommen. Und daran sehen sie die Erosion der Werte dieser Politheines, die wir jetzt haben. Machen sie sich nur einmal die Augen zu und denken sie an Willy Brandt, Helmut Schmidt von mir aus Franz Josef Strauß und dann denken sie an Claudia Roth, Kramp Kahnbauer und Jens Spahn. Und das wäre diese katastrophalen Menschen wären in einem gedeckten Geldsystem ohne Betrugsmöglichkeiten oder ohne Schwindelmöglichkeiten nie an der Macht. Das zweite was noch dazukommt bei dem Geldsystem ist die kollektive Korruption weil der Versprecher kommt her und sagt ich verspreche dir ein Grundeinkommen nimmst du eh anders oder dein Vater oder deine Mutter weg dafür. Ich komme in die kollektive Korruption rein fange an ja brauchen wir nicht mehr viel arbeiten wenn ich ein bescheidener Mensch bin aber bin dann somit mithaftend und ich muss immer wieder diese wählen damit das Jahr weiter läuft das Spiel und die produktiven Teile die jetzt da in Deutschland bei 15 Millionen oder was sind die werden dann einmal ein bisschen nervös jetzt und da beginnt der Vertrauensbruch aber der ist rein dem Geldsystem geschuldet weil wir diese Menschen nicht an der Macht hätten in einem ordnungsgemäßen Geldsystem denken Sie nur vorher was ich gesagt habe die deutsche Mark das war die vornehmste Währung war auch nicht gedeckt aber da hat man gewusst die Leute die dahinter stehen die sind anständig das wollte ich nur noch zur Vertrauenserusion sagen Bevor man auch zu dir nochmal kommt Thomas an Stichwort Basisdemokratie darf ich den Thomas Bachheimer noch darum bitten die kleine Anekdote der Evolution im Bereich der politischen Führer ein bisschen zu beschreiben du hast ja eine nette Geschichte Stichwort Wolf möchte ich dazu anmerken Ja also ich mache es ganz kurz noch bevor ich politisch gedacht habe damals war ich noch Staatsanleihenhändler ich habe Staatsverschuldung gehandelt das muss man sich vorstellen eigentlich fange ich so an mein Name ist Thomas Bachheimer und ich habe Staatsverschuldung gehandelt das ist wie bei den anonymen Alkoholikern und alle sagen Servus Thomas ja und damals habe ich das noch gemacht und Österreich ist zur EU gekommen und ich habe mich dann freund der war Autoverkäufer also jetzt nicht nominell gebildet aber er hat Hausverstand gehabt und da haben wir halt uns gewundert warum wir Gurtenkrümmungen Bananenfärbungen und das alles gekriegt haben weil das ist ein Eingriff in die Natur haben uns dann aber mit Bier verlustiert und sind in der wunderschönen Renaissance Stadt Graz in der Nacht gestanden bei einem Würstelstandl haben ein letztes Bier getrunken und die Ruhe wurde nur gestört von einem Hund und dieser Hund war so klar und hat im Juni in Graz wo es sehr südlich liegt einen Mantel angehabt und hat so gezittert und hat so schiere dünne Achsen gehabt der Chihuahua und mein nominell nicht großartig gebildeter Freund hat mein Leben verändert mit einem Satz der hat hingeschaut zu dem Hund und hat gesagt das hat der Mensch aus dem Wolf gemacht und wenn Sie an Willy Brandt oder Adenauer denken und an die Kanzlerin das hat der Mensch aus dem Deutschen Kanzleramt gemacht Helmut das ist eine Chihuaharisierung aus uns allen hat man Chihuahua gemacht was ist denn noch passiert der Landesverteidigungsminister wie heißt der bei euch Verteidigungsminister war der Helmut Schmidt wer ist denn jetzt Verteidigungsminister in Deutschland stellt euch vor ich werde jetzt wirklich einmal angegriffen das ist ja Wahnsinn 83 Millionen Ingenieure schauen da zu das gibt es nicht das ist das Gleiche ich habe einen Onkel der war Lkw-Fahrer Alleinverdiener der hat ein Haus gebaut mit 25 Jahren Span das nennt man heute Villa das hat bei uns jeder in der Vorgeneration gemacht heutzutage mit 25 Jahren Span das kriege ich irgendwo ganz draußen außerhalb der Stadt so eine Menschenaufbewahrung geschachtel schaut aus wie ein Chihuahua-Käfig das hat man aus den Ersparnissen gemacht Chihuahua-Käfig zu den Ersparnissen und dann höre ich aus dem Stock ich soll das jetzt erzählen aber das ist eine wahre Geschichte und das hat angefangen zum Nachdenken aber zu den Ersparnissen kommt ja noch Folgendes die Produktivität des Mitteleuropäers hat sich seit 1971 wo wir den geldpolitischen Schnitt hatten verdoppelt das heißt die Familie gibt es doppelt eine aber was haben wir Supersmarten noch gemacht wir schicken auch unsere Mütter in den Arbeitskampf das heißt zwei Leute gehen hacken das heißt wir vervierfachen die Arbeitsleistung dafür dass wir weniger rauskriegen und unter dem Mantel der Emanzipation haben wir auch die Steuerzahler verdoppelt und jetzt schaut es euch einmal an ihr haut es sich vierfache ein was unsere Vorgeneration gemacht hat und kriegt es die Hälfte außer und wir glauben wir sind jetzt gescheiter als die Leute vor sechs Jahrzehnten wir sind nominell gebildet aber wir sind Vollidioten jetzt hören wir ja ich glaube über Bildung werden wir irgendwann auch noch mal reden Thomas hast vorher die Basisdemokratie als mögliche Option erwähnt magst du uns dazu einfach ein paar Worte sagen ich will immer einen Schlenker machen zum Thomas ich habe ja früher durch meinen Sport auch mal den einen oder anderen Politiker kennengelernt und diese Generation die hatte wenigstens noch so menschliche Züge die vermisse ich eben heute irgendwie fehlt mir hier der humanistische Ansatz auch bei unserer Politik beziehungsweise bei den Politikern die an der Macht sind und ich habe es ja schon erwähnt ich denke die einzige Lösung die uns bleibt ist wir brauchen eine Alternative für diese Parteienlandschaft weil Partei ist egal das hat sich jetzt in den letzten acht Monaten auch gezeigt ja ist alles die gleiche Suppe und da bin ich auch ein Verfechter dieser Basisdemokratie der Volk ist das Souverän und da müssen wir wieder hinkommen das geht im Endeffekt nur durch eine legale Wahl weil wir wollen ja keine Revolution wir wollen auch keine Gewalt und da müssen wir jetzt mal abwarten ob die Wahl nächstes Jahr ausgesetzt wird das ist ja ein Programm da müssen wir noch weitere vier Jahre warten oder wenn es zur Wahl kommt dass man eben sich so vorbereitet dass dann eine Alternative da ist für den Bürger um diese Leute abzuwählen weil die haben uns ja letztendlich jetzt nicht nur wegen dieser Episode hier mit diesem lächerlichen Virus bedrohen die haben uns ja überall an der langen Nase rumgeführt wie das der Thomas schon gesagt hat viel versprochen nichts gehalten und ich sehe mich als Steuerzahler als Auftraggeber und wenn der Auftragnehmer der Regierende nicht liefert muss er ersetzt werden das ist ganz einfach und da ich ja mit der Bauindustrie zu tun habe Erich das ist ja auch eine Industrie die gerade made in Germany deutsche Baukunst deutsche Ingenieurkunst ist ja international bekannt das kann sich da keiner leisten keiner der anbietet der Dienstleist kann sich da irgendwas leisten dann bist du weg vom Markt und das müssen unsere Leute in Berlin auch wissen dann bist du weg vom Markt Absolut ja also es bedarf der Veränderung um es etwas vorsichtiger zu formulieren aber ich komme ja aus dem Sport da ist immer alles ein bisschen zünftiger genau also Pragmatik ist also keine verkehrte Eigenschaft und ich habe sie schon mal erwähnt nur wer sein Ziel kennt kann das Ziel auch treffen und wir werden ja gleich das Thema noch ein bisschen vertiefen also Basisdemokratie alle Macht geht vom Volke aus direkte Demokratie könnten das Modelle sein die uns vielleicht positiv nach vorne bringen wir nehmen wir noch ein kleines Beispiel wenn wir gerade in Berlin sind jetzt sehe ich mal eine wahre Geschichte der auch wieder hat einen Bau zu tun BER ist ja ein Begriff der Berliner Flughafen okay so ich hatte vor ein paar Monaten einen Termin in Nürnberg mit dem Bauunternehmer der hat auch ein Portal der macht auch also Content und der war eingeladen mit seinem Bauleiter und hat wegen irgendeinem Nachtrag war der in Berlin eingeladen ist da hingefahren dann laufen die so durch den Flughafen durch und sagten so nach einer halben Stunde siehst du auch was ich sehe ja Chef wir können wieder fahren weil das macht keinen Sinn hier einen Nachtrag anzunehmen vier Millionen nicht feuerfeste Dübel in der Decke verbaut da bin ich jetzt mal gespannt wie die aus dieser Kiste rauskommen weil nach deutschen Brandschutzvorgaben kannst du diesen Flughafen nicht eröffnen hier müsste man eigentlich abreißen und neu bauen da wären wir jetzt eigentlich beim Thema Haftung für Politiker im Sinne von Transparenz ihr alle wir alle haften dafür weil die siebeneinhalb Milliarden die sind jetzt weg und ich könnte mir aber auch vorstellen dass man natürlich diese Brandschutzmaßnahmen etwas modifiziert oder anpasst an die Umstände nachrichtet genau richtig ein bisschen drüber pinseln damit der Flughafen eröffnet ja vielleicht genau ein guter Ansatz Maske drüber vier Millionen Masken haben wir ja Masken haben wir ja genug in Deutschland eine Maske über den BR ja ja also die Realität wenn wir draußen hinschauen zeigt uns eigentlich immer wieder wie eigenartig es ist fast wie so eine koppelige Disolanz also wir haben eine kleine Vorstellung wo wir hinwollen aber es passiert immer irgendwas anders und noch was jetzt nochmal wegen Made in Germany das möchte ich doch nochmal anfügen weil das ist mir auch gerade was dazu eingefallen ich habe dann diesem Abend jemand getroffen aus Norddeutschland der kommt aus einer anderen Industrie und der sagte mir auf jeden Fall sie hat mit den USA viel Geschäft gehabt aber seitdem die deutschen PCR-Tests in den USA verkauft wurden ist die Geschäftsbeziehung beendet und Made in Germany wurde so beeinträchtigt dass sie gesagt haben mit euch wollen wir in Zukunft nichts mehr zu tun haben ja das ist Realwirtschaft Leute und da haftet auch keiner dafür ja also man hat einfach eine Marke sehr stark beschädigt auch dadurch definitiv das Good Old Made in Germany hat doch etwas von seinem Glanz verloren höre ich aus deinen Worten heraus genau ja dann müssen wir jetzt vielleicht auch überlegen wie wir da wieder ein bisschen Glanz zurückgewinnen oder wie das wieder eine Qualitätsmarke werden kann Good Old Made in Germany und lass uns nochmal dieses Thema der Basisdemokratie oder direkten Demokratie aufgreifen denn ich sagte ja vorher schon ich habe den leisen Verdacht die aktuelle Regierung hat sich irgendwie an die Macht geputscht ohne dass groß einer gemerkt hat und ja wie kommen wir denn aus der Nummer raus weil die aktuellen Parteien ja schaut euch die Opposition an die nölen erstmal so lang rum solange sie in der Opposition sind wenn sie dann selber in der Regierungsverantwortung stehen machen die genauso weiter mehr oder weniger also das aktuelle System wird es wohl nicht bringen also die Lösung kommt wohl nicht aus der Politik also was machen wir Thema direkte Demokratie ja wer möchte was dazu sagen Ulrike also vielleicht zu dieser Basisdemokratie nochmal ich glaube damit Menschen überhaupt Prozesse entscheiden können müssen sie die Prozesse verstehen und da sind wir ganz weit weg von also das ist völlig egal ob es darum geht wie der Leberkäse hergestellt wird also oder was Nestlé uns als an Produkten verkauft oder welche pharmazeutischen Produkte wir uns in unseren Körper reinkippen wenn wir die Grundlagen der Produktion nicht verstehen dann können wir auch gar nicht wählen also weder ob wir das jetzt auf der Basisebene machen wollen oder politische Vertreter und mein Verständnis ist dass das Einfallstor halt auch dahingehend genutzt wurde also wir sind über mehrere Dekaden mit Fehlinformationen angefüttert worden also wie unsere Nahrung hergestellt wird wie unsere ich weiß nicht Baumaterialien hergestellt werden und uns wurde immer irgendwas Minderwertiges untergedreht ob das jetzt der Schaum in der Brandschutzverordnung ist das war nicht der Schaum, das war ein Dübel Dübel also im Prinzip ist das Grundsystem immer das gleiche gewesen also uns wurden minderwertige Produkte industriell hergestellt für hochwertige Sachen verkauft und wir haben das Korrektiv in dieser tollen Ingenieursgesellschaft die ich nicht mehr so ingenierfähig mit Fähigkeiten behaftet sehe akzeptiert und einfach nicht mehr hinterfragt und wir ziehen halt jetzt auch eine Generation ran mit unseren Kindern die wirklich handwerkliche Fähigkeiten überhaupt nicht mehr haben die können überhaupt nichts mehr also um das mal ganz plakativ zu sagen die können eine Software irgendwie programmieren oder auf dem Computer noch was herstellen also Stichpunkt Digitalisierung wir kriegen jetzt alle ein Smartphone oder ein Tablet in unseren Schulen aber sie können nicht mehr irgendwas mit Holz arbeiten sie können keine Nahrung mehr herstellen die haben keine Ahnung was, ich weiß nicht, nachhaltige Landwirtschaft ist weil es einfach in unserem Bildungssystem überhaupt nicht mehr gelehrt wird und solange Leute nicht wirklich wieder in die Verantwortung gehen für sich selbst da sind wir wieder beim Stichpunkt, das ist unser Leben und sich zumindest die Grundlagen selbst erschließen können und auch zumindest mal irgendwie regional im Notfall auch wieder selber erleisten können dann haben wir immer das Problem dass uns irgendeine Industrie über politische Akteure oder wie auch immer reingrätscht und uns praktisch für dumm verkauft vielleicht wäre ein erster Schritt wäre für mich eine Bannmeile um einen Deutschen Bundestag für Lobbyisten auf 500 Meter Entfernung kein Wirtschaftslobbyist darf im Bundestag wir haben mehr Lobbyisten im Deutschen Bundestag als Abgeordnete und die schreiben die ganze Gesetzesvorlage ein zweiter Punkt ein anderes Thema unsere Medienlandschaft wenn wir unsere privaten Medien anschauen das sind 5, 7 oder 10 Familien fast alles Milliardärsfamilien die fast unsere gesamte private Medien in der Hand haben also wir haben in Deutschland fast nicht nur in Deutschland, in den USA genauso fast eine lupenreine Milliardärspresse also 5 oder 7 oder 10 Milliardärsfamilien dürfen täglich ihre Meinung sagen das hat früher schon der Gründungsjournalist von der FAZ hat schon 1962 gesagt naja Pressefreiheit besteht bei uns darin dass 200 reiche Familien ihre Meinung äußern dürfen heute sind es noch 7 oder 10 also das ist das nächste wo die Medien unglaublich einseitig sind daneben gibt es noch die Staatsmedien also solange wir keine wirkliche Befreiung der Presse haben dass wir unabhängige Fonds bilden wo dann Bürgerinnenräte oder Bürgerräte entscheiden wer kriegt von diesem Topf wirklich so Crowdfinance-artig wer kann da jetzt ein neues Medium aufsetzen das wäre eine geniale Idee du hast glaube ich noch eine super Idee mit dem ja ich bin pragmatisch veranlagt ich habe einfach mal gesagt okay wir zahlen die meisten zahlen ja GEZ-Gebühren die sollten es dann selbst entscheiden wenn sie die GEZ-Gebühren bezahlen so einfach 8 Milliarden pro Jahr so und der guten Content produziert der soll bezahlt werden gibt es ja mittlerweile auch Plattformen die werden bezahlt dann mit einem Euro Beitrag oder so oder mit einer Spende und das sollte man bei den öffentlich-rechtlichen genauso machen und ohne es eine freie Presse freie Demokratentscheidung drückst du aufs Knöpfchen geht das Geld dahin oder dahin ganz einfach richtig dann wird sich wohl dann dreht sich der Wind die Finanzkraft der TV-Strukturen deutlich verändern in der Landschaft und dann können wir als Verbraucher wieder bestimmen wo es lang geht mein Deodorant hat natürlich auch funktioniert kaum haben wir Deospray mit Aluminium nicht mehr gekauft während es klar wurde könnte vielleicht für das Krankheitsbild Krebs nicht so ganz interessant sein haben wir es einfach nie mehr gekauft Deo mit Aluminiumspray und schon wurde es nicht mehr angeboten und wenn wir über eine ja Gebühren-App für Bildungsfernsehen frei wählen könnten wer soll von unserem Geld eben unterstützt werden also ich finde eine fantastische Idee also hier mal einen Ruf in die Crowd draußen wer Apps programmiert fangt doch einfach schon mal an mit einer Gebühren-App für Bildungsfernsehen zur Demokratie möchte ich noch kurz was erwähnen wenn man mit jungen weit links stehenden Menschen diskutiert das werde ich ich werde immer hineingezogen in solche Diskussionen wenn du fragst was heißt denn Demokratie ja Demos hat das Volk nein heißt es nicht Demos ist ein Bezirk ein überschaubarer Bezirk von der griechischen Demokratie her und die Deme war ein Gremium aus Steuerzahlern und Waffenträgern und es waren die einzigen die wählen durften was wir jetzt für ein Problem haben ist dass bei uns alle wählen dürfen aber das ist natürlich Gleichheitsgrundsatz soll auch so sein und kann man auch Demokratie einmal ein bisschen üben aber was wir nicht können ist ein ungedecktes Geldsystem wo die Versprecher da arbeiten natürlich und die Geldmenge erweitern können und die Geldbesitzer entwerten können gleichzeitig mit einem Demokratiemodell was eigentlich in Griechenland nie stattgefunden hat dass alle wählen dürfen weil wir in Deutschland haben wir ja mehr Empfänger als Produzenten Steuerproduzenten und das kann da scheitert die Demokratie in Verbindung mehr Nehmer als Geber und freies Geldsystem und der Politiker der natürlich immer die Mehrheit haben will und natürlich verschenkt da wird Demokratie ich mache mir jetzt vielleicht unbeliebt nie funktionieren in der Schweiz funktioniert weil in der Schweiz gibt es wesentlich weniger Nehmer als Zoller und das ist klein strukturiert mit den Kantonen und so und so kann das funktionieren nur wird nie ein Politiker und nie ein deutscher Bundestag die verfassungsmäßige Mehrheit dafür schaffen dass wir das dann umbauen und deshalb ist dieser Optimismus in der Demokratie und das heißt bei uns jetzt wirklich Herrschaft der Masse gegenüber der Republik das ist Respublika Herrschaft unter einem Gesetzesbogen wie hat denn Deutschland geheißen? Bundesrepublik Deutschland und wie haben die Mosten geheißen? Deutsche Demokratische Republik bitte das bedenken das ist Demokratie und das ist Republik Ja ich denke auch dass wir im parteipolitischen System da noch eine Menge Aufgaben eben vor uns haben ich möchte mir auch in die Runde geben was haltet ihr denn davon wenn künftig Politiker keine Immunität mehr haben und sie wirklich für ihre Entscheidungen die sie treffen auch haften müssen Also da bin ich dafür ich würde aber ich also glaube ich wie viele hier im Raum ja auch ich würde ganz gerne aber nochmal ganz kurz zur Demokratie einmal einhaken und zwar ist ja nicht nur die Frage wie schaffen wir das dass Kapitalströme richtig verteilt werden sondern Demokratie für mich bedeutet dass Menschen einen gesellschaftlichen Beitrag leisten und sich über die Gestaltungsmöglichkeiten der Gesellschaft in der sie leben Gedanken machen und wir brauchen da gar nicht immer zu Geldflüsse das ist so ein entkoppeltes System was wir jetzt haben und das ist auch so diese Konsumhaltung in die wir jetzt ja im Prinzip gesellschaftlich gegangen sind dass man immer bezahlt werden muss für eine Leistung die man in der Gemeinschaft macht also wir sehen das mittlerweile selbst auf Schulebene da macht überhaupt keiner mehr einen Handschlag wenn er nicht irgendwie dafür finanziert wird und das muss so nicht sein wir können auch die Gestaltungsprozesse unserer Gemeinschaft ja anders machen ohne dass zumindest bei jedem Handschlag Geld fließt das da nochmal kurz einhaken dann haben wir dieses Problem nämlich der Machtkonzentrierung auch gar nicht mehr weil wir natürlich immer irgendwie ein kollektives Steuersystem brauchen und irgendwo das Geld gesammelt wird aber sobald die Leute nur bereit sind einen Handschlag zu machen wenn aus diesem Topf wieder was zurückfließt haben wir ein Problem ich kann nicht mit kollektiv korruptem Volk keine Demokratie machen das ist das Problem meiner Meinung nach das hat jetzt gar nicht mit dem Geld sondern mit der Form der Staatsfinanzierung zu tun monetäre oder budgetäre in einer 100% budgetären Staatsfinanzierung was die Schweiz allerdings auch nicht hat wird mir der Professor recht geben aber die sind nahezu dort in einer 100% budgetären Staatsfinanzierung kann ja Demokratie durchführen das geht jetzt am Schluss wie was du auch vorhin gesagt hast wir haben unser Leben in der Hand nicht irgendjemand anderes nicht betreutes Denken selber denken von innen raus Kraft selbstständig werden und im Prinzip funktioniert auch Demokratie nur über selbstständige Menschen die in sich stehen und deswegen das ist alles man kann ein politisches System und alles natürlich verbessern aber auch jeder Einzelne kann aus sich raus innere Kraft schöpfen für viele ist es für manche gibt es Meditation oder Spiritualität wie auch immer jedenfalls von innen raus Kraft schöpfen das macht uns auf Dauer gesund das macht uns auf Dauer stark und ohne so starke Individuen Menschen die aus sich raus denken die selber das Leben in die Hand nehmen ohne die wird kein politisches System letztlich funktionieren es ist ja auch ich komme nochmal auf das BER-Modell zurück mehr Haftung wird natürlich die Bereitschaft geringer sein sich überhaupt als Politiker aufstellen zu lassen wir haben circa 300 Kommunen in Deutschland und wir haben einen Bundestag der ist glaube ich so groß wie der von China oder? hast du gesagt Thomas wenn man so die Verhältnismäßigkeiten sieht also den könnte man ja auch auf 300 reduzieren und wenn man ein Projekt hat es gibt so viele gute top ausgebildete Leute in Deutschland da wird es ausgeschrieben da haben sich Spezialisten ins Boot da wird es effektiv abgearbeitet und dann haften auch die für ihre Gewerke ganz einfach dann hast du aber keinen mehr im Aufsichtsrat der Ministerpräsident ist oder Oberbürgermeister der dann im Worst Case sagt viel Glück für meine Nachfolger die gehen dann nach Hause hoch zu keine Haftung der Scharbe wird immer größer so kann man so ein Modell aufführen und so kann man den Staat effektiv führen und so kann man Steuergelder sparen ganz einfach absolut also mehr Experten in die Verantwortung und ich wundere mich eh schon lange keine Politiker in irgendein Gremium in kein Gremium ein Politiker also zumindest wenn er sich wie die meisten eben von jeglichem Fachwissen befreit hat dann gehört er da mal nicht unbedingt rein das sind ja manche ganz stark in die Drittdisziplin wie man leider sagen muss darf ich nur noch einen Satz kurz zur Demokratie in einer höheren Ebene sagen die EU ist ein demokratischer supranationaler Verband ja ist ja alles demokratisch das Problem ist wir haben nur einen Zoll und das sind die Deutschen und dann gibt es demokratische Abstimmungen auch im EZB-Council ja wo Malta gleich viel Stimmrechte hat wie Deutschland und demokratisch wird dann entschieden ja die Deutschen zahlen es die Idee von die Franzosen und Portugiesen ist gut die Deutschen sollen es das nennt sich dann Demokratie ja das wissen ja die meisten Menschen gar nicht diese EU-Kommissare EU-Räte die sind nicht demokratisch gewählt die sind aber noch immun die besitzen Immunität auch dieses ganze dieser ganze ESM-Bahn das geht bei den meisten ja auch irgendwie hier völlig vorbei was da eigentlich abgeht ist intransparent keine Haftung alles verschleiert das ist doch keine Politik wie man Menschen Europa vereint die müssen solche Institutionen müssen demokratisch gewählt werden sonst haben die überhaupt keine Daseinsberechtigung für meinen Geschmack ich möchte an der Stelle sogar so weit gehen und vorzuschlagen überall dort wo Menschen Macht über andere Menschen ausüben darf das künftig nur noch bei absoluter Transparenz und nicht mehr in geheimen Hinterzimmern passieren ja also da haben wir vielleicht noch ein bisschen Weg vor uns wir werden schauen wohin uns da die gemeinsame Reise noch bringen wird aber ich möchte noch mal das Stichwort aufgreifen eben Eigenverantwortung und eben auch Eigenversorgung du hast ja gerade auch die Fähigkeiten angesprochen die gerade bei unseren Kindern immer mehr verschwinden aber liegt da nicht vielleicht auch eine Möglichkeit drin dass wir uns wieder darin zurückerinnern und wieder ein bisschen auch auf die eigenen Kenntnisse und Fertigkeiten besinnen und nicht mehr die Verantwortung an andere abgeben die werden es dann schon wissen also wir sollten uns wieder selber darum kümmern oder kannst du das mal ein bisschen ausführen Ulrike? Ja also im Prinzip ist genau das was wieder passieren muss also wir müssen uns unseren Bildungssektor angucken und das geht jetzt schon in der frühkindlichen Betreuung los da kann man erstmal überhaupt fragen ob das sinnvoll ist dass Kinder mit eins abgegeben werden ich habe das getan ich würde es heute nicht wieder tun aber und auch natürlich dann einfach im weiteren Bildungswerdegang was lernen die Kinder eigentlich also was lernen sie damit sie sich selbst im ersten Schritt überhaupt erst versorgen können und das geht los mit wie schaffe ich dass ich einen gesunden Körper habe wie schaffe ich dass ich eine gesunde Umgebung habe also im häuslichen Bereich wie im Garten oder was auch immer und das ist das ist ein Themenbereich der in der Schule grundsätzlich nicht mehr angefasst wird und zwar wenn man sich wieder anguckt wer grätscht denn eigentlich von hinten rein und sieht zu dass die Kinder das gar nicht wissen weil nämlich sie dann die Produkte nicht kaufen würden ist natürlich die gesamte Industrie wieder am Gange und zwar nicht nur wieder die Nahrungsmittelindustrie oder die Industrie die im Prinzip in der Agrikultur also im landwirtschaftlichen Bereich die Grundnahrungsmittel herstellt sondern natürlich auch die Pharmaindustrie oder Farben und Lacke also die gesamte Chemieindustrie oder die Abgasindustrie der Automobilsektor also im Prinzip haben die gesamten Industriezweige die uns als Absatzmarkt benutzen kein Interesse dass wir das wissen und sehen natürlich über die Bildungsbehörden zu dass dieses Wissen gar nicht überhaupt in den Bildungssektor reingetragen wird das heißt auch da muss man sagen wir brauchen nicht nur Experten weil die sind auch weitflächig gekauft sondern wir brauchen wieder logisch denkende Bevölkerung Mütter, Väter, Großväter oder wen auch immer der einfach sagt das macht gar keinen Sinn das Kind sieht nicht gut aus der Wachsende sieht nicht gut aus da muss doch irgendwas nicht stimmen lass uns mal die Grundlagen richten und das ist ein mühsamer Prozess und im Prinzip ist glaube ich für viele auch im ersten Schritt die Frage was kann ich selber wieder lernen und inwiefern vertraue ich auch weiter Experten ob das jetzt über Regierungskörperschaften sind oder auch irgendwelche oftmals gekauften Akademiker ich persönlich glaube nicht mehr vielen Leuten wenn ich das nicht selber logisch nachvollziehen kann das ist mühsam aber machbar vielleicht zum Schulsystem ganz kurz wenn du es ansprichst unsere Kinder werden ja heute ganz bizarr unterrichtet man schaut gar nicht was ist in diesem Kind was will sich da entwickeln was hat es für Anlagen wo kann ich das fördern sondern wie bringe ich dem Mathe, Deutsch und Heimat und Sachkunde bei und wie wird das mal ein guter Staatsbürger oder ein guter Beamter oder ein guter Rechtsanwalt also man schaut überhaupt nicht nach dem Kind sondern man drückt nur irgendwas rein in die Kinder das ist eigentlich ein vollkommen unmenschliches Bildungssystem was wir haben ab der Grundschule wir brauchen freie Schulen freie Schulen im Sinne von kein Staatsschulsystem sondern jedes Elternhaus kriegt pro Kind 400, 500 Euro was das pro Monat kostet und die Eltern wählen die Schule aus und dann kriegen wir wirklich freie Schulen und dann kriegen wir zum Beispiel Montessori-Schulen Waldorfschulen kirchliche Schulen es darf nicht gewinnorientiert sein das müssen GGMBHs oder in der Richtung sein gemeinnützige GmbHs dass man nicht jetzt ein Geld draus macht und dann wirklich freies Schulsystem und dann wird dieses Staatsschulsystem was eigentlich nur dressierte Äffchen herstellt was kann ich reindrücken und dann ausspucken und an der Hochschule wo ich das erlebe geht das weiter wir machen eigentlich keine Bildung mehr sondern nur noch Ausbildung und drücken das rein dass sie dann hinterher beim Siemens und Bosch gut unterkommen da geht es nie um die Studenten um deren Entwicklung und beim Kindern genauso wenig was ist das für ein Wesen was hat das für Anlagen und die wirklichen wichtigen Anlagen fürs Leben also Kunst Musik Religion Miteinander das wird zumindest ein Beispiel im Schulsystem wo ich sozialisiert worden bin das zählt alles nichts das ist alles unsinnig und Sport und Kameradschaft das zählt alles nichts zählt nur Mathe Deutsch und HSU und die guten Noten also dieses Schulsystem was wir haben ist wirklich total unmenschlich und egoistisch deswegen Gutscheine für alle und freie Schulsystem Ja der Christian hat es angesprochen und da möchte ich jetzt ein bisschen anhängen die Gleichmacherei die wir in Europa haben Demokratie ist ein Wieselwort das heißt der Sinn des Wortes ist entkernt und eigentlich umgedreht und auch Europa ist ein Wieselwort was ist Europa Europa ist ein Kontinent der so stark geworden ist den die letzten Jahrhunderte gehört hatten weil jeder einzelne Staat oder jede Nation oder jedes Volk sich nach seinen Stärken entsprechend ausbilden konnte genauso wie der Christian es fordert bei den Kindern das ist Europa und wenn Sie jetzt das Wort Europa hören denken Sie an die EU Europa besteht aus 54 Staaten die EU aus 27 oder was und was macht man in der EU in der EU versucht man alles abzufeilen damit alle gleich werden der Grieche der kann gescheit reden und ist vielleicht charmant immer auftreten und kann gut fischen und hat die gleiche Währung wie der Deutsche oder die gleiche Währung wie der Finde der gar nicht reden kann weil es immer finster ist der nicht reden will und das ist genauso wie es der Christian sagt mit den Abhobeln des Individuums werden unsere individuellen Stärken der Österreicher ja der kann gut ja nichts eigentlich aber es ist schön bei uns und wir nein ich liebe Österreich und wir sind gute Gastgeber und wir haben schöne Sängergnaben und Lepizaner und Mozartkugeln wir haben ja alles aber jetzt frag ich Sie was soll ja Grieche in der Hitze mit einer Mozartkugel machen und das ist ja auch und da sagt man die Stärken Europas werden weggefeilt damit alle gleich sind und das ist dann europäisch europäisch ist genau umgekehrt und diese Gleichmacherei von der Bildung weg bis zu dem was ich jetzt gerade geschildert habe danke für die Aufmerksamkeit ja fantastisch also ich sehe es macht auch Spaß an einer Versammlung teilzunehmen und tolle Gäste die das wirklich belehnen bevor wir jetzt in der ersten Teil abschließende Schlussunde gehen lasst uns bitte noch weiter ein bisschen über Lösungen sprechen noch ein Stichwort Gemeinwohlökonomie oder auch Kooperationswirtschaft könnt ihr uns dazu noch ein bisschen was mitgeben zu diesen Themen ich habe ein bisschen mich mit beschäftigt Gemeinwohlökonomie geht auf Christian Felber zurück ein Österreicher ja eh leider ich habe ihn kennengelernt er ist ein unglaublich integrer Mensch also ich habe selten so aufrichtige man kann ja auch falsche Ideen haben wenn man integer ist also ich finde einen wahnsinnig integeren Mensch und sehr gute Ideen und die eine der Kernideen ist statt gegeneinander miteinander schon unsere Kinder schon im Kindergarten anfangen wir haben zum Beispiel ganz viele Spiele fast alle Spiele sind immer gegeneinander von Mensch ärgere dich nicht über Monopoly und heute die Kriegsspiele dieses Fortnite Jahrhundert werden auf der Insel ausgesetzt einer überlebt also Krieg aller gegen alle und wir haben früher wir haben vier Kinder zwei größere zwei kleinere da haben wir noch gab es noch Herderspiele das alle miteinander machen müssen dann können die Zwerglein dem Riesen entfliehen dann muss man miteinander fliehen von der Insel die gibt es heute gar nicht mehr die werden nicht mehr verkauft also es gibt eigentlich nur noch Spiele die gegeneinander sind Konkurrenz und dann sagt man der Mensch der ist so der ist ein konkurrenzbasiertes Wesen ja erst erziehen wir die ab dem Kindergarten auf gegeneinander und Konkurrenz und dann sagt man der Mensch ist ein Konkurrenzwesen Christian Felber hat eben das Gegenkonzept nein wir müssen von klein ab kooperativ unterrichten da gibt es alternative Schulen die machen das viel viel stärker als die Staatsschulen und dann haben wir diesen Kooperationsgedanken und dann Gemeinwohlökonomie Gemeinwohlbilanz dass ich nicht nur die Gewinne am Schluss auf auf addiere wie ich sie ja als Investmentbanker dann gemacht habe oder die Bilanzen angeschaut sondern dass wir alles auch das Marinekäferlein auch was wir ja der Umwelt antun da ist eine Gemeinwohlbilanz was haben wir denn an Wohl an Gut geschaffen und nicht nur an Dollar oder Euros diese Gemeinwohlbilanz Idee von Christian Felber basierend auf Kooperation statt Konkurrenz ich finde die einfach nur gut und er kann ja auch noch hervorragend tanzen wie ich an der Stelle bemerken darf also ein toller Typ Christian Felber vielleicht können wir ihn ja auch mal bei einer der nächsten Sendungen oder Versammlungen hier begrüßen also vielen Dank erstmal für diese tolle Runde mit den bisherigen Beiträgen und jetzt wäre es wahrscheinlich unseren Versammlungsteilnehmern aber auch den Zuschauern zu Hause an den Bildschirmen an den TV-Screens an den Flachbildschirmen noch zu wünschen dass ihr einfach so ein Schlusswort mitgebt also wir fangen einfach bei dir an lieber Thomas und machen dann die Reihe durch dann haben wir unseren österreichischen Gast was dann ja das letzte Wort in der offiziellen Runde haben wird also lieber Thomas hast du einfach ein Statement einen Ratschlag einen Tipp eine Vision die dir wichtig ist die uns helfen könnte was magst du uns noch mitgeben also ich bin ja grundsätzlich ein positiver Mensch nicht nur weil ich aus dem Sport komme weil wenn der Profisportler war es muss immer positiv sein ich denke eine Epoche geht zu Ende und es wird was ganz ganz Positives entstehen das ist meine Message an alle und auch meine Hoffnung und das vertritt übrigens vertritt auch meine Frau die sieht da genauso im Endeffekt viel Licht am Horizont und weniger Dunkelheit ja danke dir danke also ich würde da anknüpfen und ich glaube ein guter Weg ist wenn jeder wieder da anfängt wo wir gerade eben waren nämlich bei der Frage gemein und wohl also wenn es in dem Körper selber sich wieder gut anfühlt dann ist man schon auf der Hälfte der Strecke und das kann man rauskriegen wie man das schafft und wenn man das auch noch gemeinsam mit Menschen drumherum macht dann sind wir wieder bei Basisdemokratie bei funktionierenden Wirtschaftsschöpfungskreisen und dann haben wir es eigentlich geknappt also gemein und wohl wieder erleben für sich selbst also ich glaube an die Kraft von Gedanken und von Mut die alle Lawinen fangen ganz oben an mit ein paar Steintieren oder ein paar Schneeflöckchen und dann donnert die Lawine ins Tal und ganz oben beginnt es mit den Gedanken von Kraft und Mut das ist gar nicht unbedingt ein Gedanke und es gibt so viele Beispiele in der Geschichte die französische Revolution die russische Revolution das waren ein paar wenige die dann auf die Bastille gestürmt sind da ist die Bastille gefallen war die Revolution da ist nicht so gut ausgegangen mit Napoleon aber die Revolution wer hätte das gedacht 1790 oder die russische Revolution und noch krasser finde ich eigentlich Martin Luther ich bin nicht Protestant Martin Luther ein einziger Mann mit Kraft aus dem Gedanken und mit Mut im Herz also ein Braveheart ein wirklich ein unglaublich mutiger Mensch ich schlage meine Thesen an und gehe für meine Gedanken auch in den Tod bin bereit in den Tod zu gehen und haben vor und nach ihm sind da haben ja auch viele das Leben eingebüßt die gegen die katholische Kirche was gesagt haben ich bin auch nicht in der katholischen Kirche also was ich sagen will der richtige Gedanke mit Kraft und Mut der kann die Welt verändern ja ich finde das eh klasse dass alles so positiv ist aber ich habe heuer zu Silvester eine Minute nach Mitternacht an meine Leser wie jedes Jahr eine Neujahrsbotschaft geschrieben und ich war wie jedes Jahr ein bisschen betrunken das schreibe ich dann so 10 Minuten vor Mitternacht und um 0.01 sehne ich es ab und ich habe dann geschrieben liebe Leser ich wünsche euch ein gutes Neujahrsbotschaft aber das wird ein Jahr der Auflösung und eines der härtesten für uns alle ich wusste aber von Corona nichts positivistisch sein ist super ob mit oder ohne Corona wir werden die nächsten paar Jahre einen härteren Weg beschreiten müssen alle von uns aber die die hier sind werden das sowieso überstehen weil die ja eh sich schon an einem Sonntag aufmachen mit Maske in der U-Bahn oder her um vier Deutsche und einen Österreicher zu hören und ich bin auch positiv gestimmt aber es wird nicht rupfert wie wir in Wien sagten also es wird ein bisschen holprig danach breitet sich natürlich was Schönes aus wir müssen das Alte abschütteln das ist in der Evolutionsbiologie immer so und am stärksten kommen sie drüber wenn sie eigene Gedanken haben die Massenmedien eher hinten anstellen weil die zögern das hinaus und werden sie immer ein bisschen falsch informieren weil die haben ja nicht umsonst 200 Millionen Euro gekriegt in Deutschland vor der Corona-Krise muss man ja auch dazu sagen und verlassen sie sich es gibt wunderschöne alternative Medien wie Bachema.com oder Bachema.com dann gibt es natürlich noch viele andere vertrießen sie nicht wenn es ein bisschen härter wird wir werden das alle gut überstehen es muss nicht alle zwei Jahre der neue Audi sein es kann auch alle vier Jahre sein und danke ja vielen Dank an die Runde für eure Botschaften zum Ende der ersten Runde und es gibt natürlich auch noch andere alternative Informationsplatzformen zum Beispiel menschen-machen-mut.de und es würde mich sehr freuen wenn die Sendung die Versammlung allen gefallen hat wenn ihr was mitnehmt und vielleicht möchte ich diesen ersten Teil bis wir dann weitermachen mit dem beenden es kam irgendwann einer weil alle gesagt haben es ist unmöglich der wusste das nicht und hat es einfach gemacht in dem Sinn macht es einfach dann haben wir eine gute Chance vielen Dank und wünsche euch eine gute Zeit passt auf auf euch und vielleicht seid ihr beim nächsten Menschen-Machen-Mut wieder dabei also bis dann Dankeschön Applaus Vielen Dank.